Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge PEEK, zusammen mit Uru, Laza und Niek. Ja, tatsächlich sind wir mal wieder P3AK und ihr hört an meiner Stimme noch, dass ich trotzdessen einfach immer noch nicht auskuriert bin. Ihr habt mich jetzt ein paar Folgen lang nicht gehört, ich bin jetzt seit über einem Monat krank, beziehungsweise war es für zwei, drei Tage kurz nicht, dann dachte ich, es wird besser und jetzt hat es mich wieder erwischt. Kann ich gleich mal drüber berichten, es war auf jeden Fall richtig scheiße alles, Digga, also, re-talk. Ja, wir hören es auch, also, die Gerüchteküche hat gebrodelt die letzten Wochen in unserer Kommentarsektion. Ja, nix, ich wäre dabei. Also, es sind Leute geschrieben? Zieht hier mal die Kommentare unter der letzten Folge rein. Es sind Leute in meinen Twitch-Chat gegangen, meinten so, ist nie grau, sagt die Wahrheit. Was? Ich habe gesagt, guck mal, die Infos, die ich euch gebe, sind die Infos, die ich habe, er ist krank. Das ist meine Info, so, weißt du, so, wer kann ich nicht sagen dazu. Das ist crazy, das ist wirklich crazy. Also, jetzt mal für alle, Digga ist nicht raus, er ist krank und ihr hört auch, dass er krank ist und wenn ihr dann, wie letzte Folge, wo ihr in der Kommentarsektion teilweise so Verschwörungstheorien aufgemacht habt, warum er auf der Polaris sein kann, es ging ihm drei Tage gut und jetzt geht es ihm wieder, wie es ihm geht. Boah, was, wie anstrengend, aber also, warum redet man so viel Scheiße, also, habt ihr irgendwie kein Leben oder so, also, ich denke mir so, Digga, was nervt ihr denn so krass, beschäftigt euch mit eurem eigenen Leben so krass mal mehr. Also, da werde ich richtig sauer bei sowas, ne? Wir haben ja auch in jeder Folge gesagt, dass du krank bist, aber es ist auch, Leute, wir sind erwachsen, wir würden es jetzt auch nicht als Ausrede benutzen und das Ding ist, ich glaube, dass da viele, das muss ich mal kurz aufräumen, dass da viele irgendwie voreingenommen sind wegen dieser Sache, wie das damals mit Weepster war, etc. Ach so. Und denken, dass das so eine ähnliche Geschichte ist. Guck mal, wenn einer von uns dreien irgendwann aus dem Podcast ausscheiden sollte, so, nehmen wir an, was es nicht so ist, nehmen wir an, Digga würde irgendwann rausgehen, oder Lazar würde rausgehen, etc., oder ich, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wir drei uns eigentlich so gut kennen und schon so viel Zeit miteinander verbracht haben und so gefestigt sind in unserem Umgang, dass das nicht in bösem Blut passieren würde. Das heißt, diese Person würde vielleicht einfach sagen, ey, ich hab keine Zeit mehr, oder ich hab keinen, ich fühl den Vibe nicht mehr, dann ist es vielleicht nur noch einmal im Monat da oder irgendwann unregelmäßig und dann machen wir das Ding so weiter und dann ist die Person theoretisch raus, aber ist ja nicht raus in unserem Freundeskreis, wir würden uns nicht so, äh, so, 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 so kernspalten. Vor allen Dingen, also, ich mein, als das, als Ontan gegangen ist, war das ja so, dass wir noch Folge 49 mit ihm aufgenommen hatten und danach kam ja nicht Folge 50 mit Weg, sondern zwischendrin kam das Statement dazu. Also, wir haben ja, wir haben ja nicht, wir haben ja nicht irgendwie Folgen ohne ihn aufgenommen oder Gastfolgen mit ihm gehabt und dann erst einen Monat später gesagt, yo, Chris ist raus, das war ja, das war ja nicht so. Und als ob das dann so bei mir so ist. Also, so ein auf Shady, so ein auf, ey, wir tun so, als wäre er krank. Nee, wir dachten einfach so, wir ghosten das einfach für immer, dass er nicht mehr dabei ist, so, wir tun einfach so für immer. Weil es letztes Mal auch so war, gell? Ja, genau. Gibt genug Leute, die einen Podcast haben, die sich, äh, das wollt ihr euch nie irgendwie in den Kopf machen. Richtig, gibt genug Leute, die sich auch immer noch verstehen. Wig zum Beispiel hatte auch mal einen Podcast mit Ceo, äh, die, der hat einfach gesagt, ich fühle das nicht mehr. Dann hat er gesagt, okay, wir sind Homies, aber Podcast ist fertig und so, der kriegt da bei uns kein, äh, und wenn das so wäre, würden wir es nicht einfach direkt sagen. Und dann würden, da wäre auch nichts Schlimm dabei, so, aber es ist nicht so gerade. Ich glaube, die Leute möchten Drama. Klar, das liegt in der menschlichen Natur, aber was sie gekriegt haben, ist eine Lungenentzündung. Ja, nicht nur das. Also ich habe ja wirklich, ich habe eben schon zu den Jungs gesagt, ich habe Platintrophäen und Krankheiten durchgespielt jetzt in einem Monat. Äh, sowas ist mir auch wirklich, also ich kenne niemanden, dem das bisher so ergangen ist, weil, ähm, ich bin relativ selten krank, was so körperliche Symptome angeht, ne? Also ich bin echt, also so, Erkältung, Grippe, das habe ich so selten. Ich glaube, ich war in den letzten sechs Jahren, war ich zweimal krank. So, also das kommt nicht häufig vor. Ähm, das letzte Mal war Corona 2021. So, und, ähm, jetzt fing es halt an, dass ich halt Grippesymptome bekommen habe, also vor vier Wochen. Ja. So, wirklich über einen Monat fing es an, weil ich habe ja immer meine Spaziergänge gemacht und meine Steps und irgendwann an einem Tag habe ich gemerkt, hm, irgendwie tun die Steps heute weh. So, und dann hat sich, haben sich halt Grippesymptome ereilt und, äh, ich habe gesagt, oh gut, dann, äh, passe ich ein bisschen auf. So, äh, dann, äh, wurde aus der Grippe, die dann ungefähr eine Woche ging, wurde eine Lungenentzündung. Ich war im Krankenhaus, ich, das war, ihr müsst euch vorstellen, so, ich bin aufgewacht und ich, als ich geatmet habe, hat, hat, hat das alles gemurmelt und gekullert in der Lunge, Digga. Ja, das war gar nicht mehr feierlich. Ähm, da hat sich Schleim abgesetzt und jedes Mal, wenn ich gehustet habe, musste ich wirklich fast kotzen, weil in diesem Hals alles voll Schleim war. Das musste ich dann ausspucken und dabei beim Atmen hast du auch das Gefühl gehabt, als hättest du Löcher in der Lunge, Junge. Es war so, es war so ätzend, Digga. Dann bin ich ins Krankenhaus gegangen, ich habe zwei Wochen Antibiotikum genommen und in der Zeit ging es mir schon richtig scheiße, so. Äh, dann habe ich noch eine Kehlkopfentzündung dazu bekommen. Das heißt, bei jedem Schlucken hat es sich angefühlt, als ob ich eine Rasierklinge habe, die meinen Hals hoch und runter rutscht, so. Also, ich dachte mir dann so, okay, Grippe, Lungenentzündung, Kehlkopfentzündung, ich habe es jetzt alles. Ähm, dann ist diese Lungenentzündung so abgeflacht und in so eine normale, wie heißt denn diese, weiß gar nicht mehr, wie heißt das andere, diese vereinfachte Version davon. Aber auf jeden Fall. Bronchitis, genau. Ist in eine Bronchitis gegangen. Ich war dann nochmal beim, also ich war dann ja bis Mittwoch letzte Woche offiziell so krankgeschrieben, ich brauche ja sowas nicht wegen Selbstständigkeit, aber der Arzt hatte mich eben Mittwoch nochmal durchgeschickt. Er meinte, ich bin nicht mehr ansteckend, generell nicht ansteckend und die Medikamente haben gut gewirkt. Du kannst, wenn du magst, einen Tag auf die Polaris gehen, aber mach nicht länger. Meinte ich, okay, gut, ich fühle mich mal, wie ich bin. Ich habe sogar gestreamt dann irgendwie am Donnerstag. Habe so gesagt, okay, geil, Jungs, nächste Woche bin ich wieder dabei beim Podcast. Bin ich, weil die, ihr hattet die Folge schon am Montag aufgenommen, da ging es mir noch nicht gut. Deswegen war ich auch in der letzten Woche noch nicht da, das ist für viele vielleicht verwirrend, weil die Folge kam am Sonntag raus und am Freitag war ich auf der Polaris. Lag daran, weil die Folge am Montag aufgenommen wurde, da ging es mir noch nicht gut und wäre die Polaris am Montag gewesen, wäre ich auch nicht in Hamburg gewesen. Egal. Auf jeden Fall war ich dann halt da, alles gut, Samstag auch okay, Sonntag komme ich zurück, Montag auch noch alles chillig und am Dienstag auf einmal, ich wache auf, ich so, ich kann nicht sein, mein Lymphknoten, dicker als meine, meine Eier. Und, äh, wirklich, ich, ich dachte mir, das kann jetzt nicht sein, kriege ich jetzt noch eine fette Erkältung, meine Stimme ist weg, ich habe immer noch diesen Husten, meine Nase ist zu, ich kriege keine Luft. Digga, ich schwöre, ich hasse, ich hasse wirklich seit vier Wochen, müsst ihr euch vorstellen, bin ich krank und ich habe wirklich jede einzelne normale Krankheit, die du so bekommen kannst, durch. Du hast einfach so ein Abo gemacht. Einfach wirklich ein Abo, einfach ein Abo und jede Woche ist jetzt was anderes und ich will mittlerweile einfach nur, dass es endet, ich habe in vier Monaten zwei Streams gemacht, ich habe keine Podcast-Folge bis heute aufgenommen, deswegen normalerweise würde ich das auch nicht sagen, dass ich jetzt heute aufnehme an so einem normalen Tag, aber ich will einfach mal wieder, ich will auch einmal mal wieder dabei sein, ich will auch mal wieder mitlabern, Alter. Ja, wir haben das auch gehört vorhin und da hat ja Laza dir auch schon gesagt, Digga, wir haben ja auch gesagt, so wie du klingst, lass es lieber, aber du hast ja auch gesagt, Junge, ich habe jetzt seit einem Monat nicht mitgeredet. Ja, irgendwann reicht es auch mal, weißt du, so, ich mache halt ruhig und sowas, aber ich hoffe auch einfach, dass es dann mal irgendwann nächste Woche oder übernächste Woche auch weg ist und dass ich mal ganz normal wieder weiter worken kann, weil das ist schon echt langweilig, bin ich ehrlich. Ja, nicht nur das, also gerade auch, wenn du Streamer bist, also in der Selbstständigkeit ist das ja auch immer so ein Ding, das geht ja auch, solange du krank bist, geht auch ins Geld, du verdienst kein Geld, gerade als Streamer verdienst du kein Geld, wenn du nicht live bist, das ist immer so die große Krux, weswegen ich persönlich irgendwann beschlossen habe, also ich mache auch gern Streaming, aber für mich ist YouTube so die Go-To-Plattform, aber das muss man natürlich beachten, du kriegst eigentlich Subs, Donations, eigentlich hast du nur diesen kleinen Wirkungsraum, diese paar Stunden, die du live bist am Tag, sonst passiert nichts. Genau das, ey, deswegen, absolut nervig, aber das einzig Gute, sage ich mal, in der Zeit, was auch hier so den Podcast betrifft, habe ich sehr viel gelesen und geschaut, deswegen bin ich wieder, ja, bin ich wieder richtig up-to-date mit vielen Sachen und so, das war auf jeden Fall das, und ich habe viel gezockt, Zelda's Wisdom of Echoes da. Bist du es durch? Das habe ich auf 100% gemacht sogar. Krass, ich habe so eine Spiel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe 35 Stunden gebraucht, äh, nee, 35 Stunden gebraucht, hätte ich niemals gedacht, dass das Spiel so lange ist. Das ist so ein kleines Spiel, aber, also ich glaube, wenn du alles machen willst, ist es schon, aber ich bin, ich habe die letzten, gar keine Zeit gehabt, das zu zocken, ich habe wirklich so angefangen, aber dafür habe ich, du hast ja echt viel verpasst. Ja, ich habe echt viel verpasst. Ich habe beispielsweise mein Anime-Arc gestartet, Leute, das habt ihr auch verpasst, weil wir haben nie drüber geredet, weil in der Konrad-Bösheits-Folge haben wir auch nicht drüber geredet, ähm, ich habe beschlossen, als ich so meine Top-50-Manga-Liste gemacht habe, die ist jetzt auch inzwischen draußen, wenn ihr das seht, ähm, ich habe so gemerkt, ich habe eigentlich, also es fehlt mir zwar noch so zwei, drei Dinge fehlen mir, aber ich habe so, das meiste sind nur noch Re-Reads, also das meiste, was ich lesen will, habe ich irgendwann mal gelesen, so, oder inzwischen, so, ne, nach dem Anime-Ding bin ich gar nicht bewandert. Und jetzt ist ja auch neue Season gestartet und so, dann dachte ich so, hm, ich habe auch in der Zeit angefangen, Ranma zu lesen, also das habe ich jetzt, glaube ich, neun Bände oder so, von diesen Doppelbänden, also 18 Bände, mhm, hat mir mega Spaß gemacht und dann hat ja der Anime gestartet und dann dachte ich, okay, dann kann ich ja direkt mal reingehen, hat mir mega gefallen, so, dann dachte ich, hey, ich möchte mal Anime-Filme nachholen, was sind so die geilsten Anime-Filme, etc., habe ich auf Instagram gefragt, mit Abstand am meisten an wurde Perfect Blue, habe ich mir gekauft, der steht auch hier gerade, aber ich habe ihn noch nicht geguckt, weil den will ich mir aufheben für so ein, so ein, den will ich nicht so nebenbei gucken, und so, wisst ihr, was ich meine? Nee, der muss doch aufmerksam gucken, der ist ultra bizarr. Und dann, ähm, was habe ich gemacht, egal, ich habe, äh, Blue Box habe ich angefangen, das hat jetzt zwei Folgen oder drei, glaube ich, äh, dann, dann habe ich mir tatsächlich noch nicht angeschaut, Daima habe ich mir auch noch nicht angeschaut, weil ja heute die erste Netflix-Folge kommt und ich hoffe auf eine deutsche Synchro, ich will mal wissen, wie die so wird, also deswegen habe ich die erste Daima-Folge noch nicht geschaut, aber JoJo's habe ich übertrieben aufgeholt, ich habe, äh, Part 5 komplett geschaut und bin jetzt bei Folge 16 vom Part 6, das heißt, eigentlich können wir bald, in den nächsten zwei Wochen würde ich mal anpeilen, als Ankündigung schon mal so, den ersten Part unserer JoJo's-Folge machen können, wir hatten ja geplant, wir reden im ersten Part die ersten sechs Parts und im zweiten Part sieben, acht und neun, weil das Manga-Only-Parts sind und der Rest ist Anime. Hatten wir den Part nicht verhorfen? Achso, wollten wir mit den Manga-Parts reden, zusammen? Das finde ich eigentlich, um ehrlich zu sein, nee, ich finde es eigentlich cooler geteilt. Ja gut, aber das Ding ist, man muss überlegen, wenn wir das in zwei Part ausbitten, den zweiten Part ist ehrlich schwierig für viele zu schauen, weil das Lesen bei den meisten weg ist und ein Part neun ist ja noch lange nicht beendet, das heißt, wenn wir über ganz Part neun reden wollen, dann müssen wir noch sechs, sieben Jahre warten, also vielleicht ist es echt smart, wenn wir sieben und acht noch mit reinbringen, weil über neun können wir halt nur die ersten Chapter reden, ne? Können wir machen, aber ich muss auch ehrlich sagen, da muss man ein bisschen selbstreflektiert sein, Leute, und ihr wisst, dann wird diese Folge anderthalb, zwei Stunden lang sein und ihr werdet 90 Minuten über Part sieben und acht reden und dann hören die Leute auch nicht zu, das macht keinen Sinn, also meiner Meinung nach. Ja, aber dann würde ich über Part sieben und acht reden. Ey, wir können das aber auch gut miteinander vergleichen, einfach dann auch in der Folge. Können wir auch mal. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ja, auf jeden Fall JoJo's, ich hab, ich bin, ich hab immer noch, ey, ich hatte lange meine Struggles und irgendwann, es gab dann so einen Kampf, ich hab's Lazar auch geschrieben im Part 5, ich hab's von mir geklickt und das war so Folge, irgendwie schon über Folge 20, da gab's so einen Kampf, das war auch so ein Random Kampf, das war Narancia gegen, äh, beziehungsweise die ganze Gang, und da hatte Narancia auf einmal so einen Standmaster, ähm, äh, gegen sich, der so, so einen Hai in seinen Tee gemacht hat. So, weißt du, da hat er so einen Hai, und ich dachte mir so, in dem Moment, ich guck das so, und das hat, das hat so, kennst du, wie wenn du eine Matheaufgabe nicht checkst und auf einmal löst die sich so und du checkst den ganzen Weg auf einmal, so, weißt du, ich guck diesen Kampf und dann merke ich so, Alter, wie cool ist das, was er da eigentlich für, für so, sich so Sachen überlegt hat in diesem Kampf, so beispielsweise, dass Narancia, äh, dem Angst gemacht hat, damit der Kohlendioxid ausschüttet, damit der ihn leichter findet mit seinem Stand, damit der schneller atmet und so, weißt du, das ist ja komplett verrückt. Und dann, dann auf einmal dachte ich so, ist echt cool, ich muss trotzdem sagen, also, es ist, glaube ich, ein sehr hotter Take, oder das ist, äh, hab ich noch nicht so oft gehört, ich persönlich muss aber sagen, mit Abstand gefällt mir Part 6 bis jetzt am meisten, also, ich hab, also, mit Abstand, mit Abstand, also, Part 5, ich mochte den auch, aber, ich hab mit Part 5 ein riesiges Problem gehabt, und das war Giorno an sich. Ich, ich mag Giorno vom Design her, er ist cool und so, aber, ähm, Er hat für dich diesen Main-Character-Vive. Er macht halt nix, Bro, also, er ist so, so, 20 Folgen lang ist, basically, eigentlich geht's um alle anderen, um, äh, Du weißt schon, Narancia, diese ganze Gang um ihn rum, so, äh, Bucciarachi und so, und das Ding ist halt, dafür, dass der halt aufgebaut wurde, als Sohn von Dio, so, weißt du, das ist halt so, das ist, das, Junge, das ist als ob, keine Ahnung, stell dir mal vor, Ey, ich weiß nicht, in Naruto, auf einmal kommt so einer, das ist der, der kommt, kommt im letzten Arc, nicht Buu, sondern der Sohn von Freeza, und der, es ist schwierig zu erklären. Äh, nicht, ich wollte Dragon Ball sagen. Und, der Sohn von Freeza ist aber dann der Main-Character, und nicht der, 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 der Elder-Gohan, so, weißt du, und dann wird nie wieder drauf eingegangen, warum er der Sohn von Freeza ist, wie ist er auf die Erde gekommen, ist alles so, weißt du, so, 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 so eine Sache ist das irgendwie mit Giorno, also, ich find das, Bisschen underwhelming, I guess. Und bei Jolene find ich's tatsächlich ganz cool, ich mag sie voll gerne, ich mag den Cast gerne, ich mag MS, ich mag, FF ist das lustigste Ding überhaupt, ja, also, was ein lustiger Charakter, ich mag das Setting, coole Sache. Wie findest du, Weather Report? Auch geil, auch geil, jetzt hab ich gerade, ähm, ähm, wie heißt der denn, der andere, den hab ich grad kennengelernt, äh, oh, das hat so einen Frauennamen, Anastasia, kann das sein? Anasui, Anasui, Anastasia, ja. Ja, ey, Junge, auch so ein witziger Charakter. Äh, ey, das ist einfach, gefällt mir bis jetzt wirklich mit Abstand am besten. Oh, das ist cool, ich mag Part 6 auch. Das wollte ich nur loswerden, ihr könnt mal kurz über das feurige Folgenthema reden, weil ich hab grad einen Anruf gekriegt von der Werkstatt, da muss ich mal kurz rangehen und ich bin in zwei Minuten wieder da. Geh kurz ran, Bro. Ähm, ja, ihr meintet irgendwas mit, wir wollten New-Gen, Old-Gen-Vergleiche herstellen, ich find das ist ein Riesenthema tatsächlich für die Folge, ähm. Das ist ein Riesenthema, also, boah, kommt drauf an, wie breit man's fächert. Der Plan war eigentlich, gewisse Werke oder die Zeiten an sich ein bisschen gegenüber zu stellen, was ist anders, was ist gleich, wie wirkt sich das auf die Mangaka und die Werke aus und dann drüber reden, das war so die Idee. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Ähm. Ja, voll. Wenn du an, du kannst ja mal so ein bisschen signifikant sagen, wenn du so an Old-Gen denkst, was ist das erste, was ist der erste Manga oder Anime, der dir einfällt? Wahrscheinlich Dragon Ball. Ja. So. Dragon Ball Jojo und so. Jojo würdest du direkt an Old-Gen denken? Ja, aber. Ist bei mir gar nicht drin. Ne? So als erstes, als erstes, wenn du sagst, du sagst, das erste Wort, was dir einfällt bei Old-Gen, sag ich nicht Jojo's. Ich glaub, da wär wirklich Dragon Ball so krass in meinem Kopf drin, das ist für mich, das ist für mich so dumm. So weißt du? Ist es auch. Ist es auch. Aber keine Ahnung. Was wär das bei dir, Kevin? Old-Gen. Das erste, an was ich denke, wenn du Old-Gen sagst, das erste wär Dragon Ball und das zweite wär, ich glaub, Slamdung oder Fist of the Nostar oder sowas. Valid, auch valid, ja. Und bei New-Gen, was wär das bei dir, Lazar? Sofort, erste Sache. Das ist ne, keine Ahnung. Echt? Okay. Ich glaub, bei mir wär's Jojo zu Kaisen. Bei mir wär's Chainsaw Man. Das ist jetzt die Frage, das ist ganz wichtig, bevor wir zu tief darauf eingehen. New-Gen ist so ein dehnbarer Begriff. Ich glaube, jeder definiert den anders. Und was bedeutet das überhaupt für euch? Genau. Wann beginnt New-Gen? Ich mein, mit den Jahren verschiebt sich das ja. Ich hab vor anderthalb Jahren mal ein YouTube-Video zu dem Thema gemacht, wo ich versucht habe, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Und mehrere Reddit-Threads durchforstet habe. Und jeder ist da eigentlich einfach anderer Meinung. Das Problem ist, ähm, ist Jojo's New-Gen oder ist es Old-Gen? So weißt du, also ab Part 7 könntest du sagen, es ist New-Gen, aber es ist theoretisch ein ongoing Manga, also es ist eigentlich ein Old-Gen. Ist Vinland-Saga ein New-Gen oder ist es ein Old-Gen? Das hat 2004 gestartet. Ist, äh, äh, was sind Bleach und Naruto? Die sind ja nicht Old-Gen, aber sind ja auch nicht New-Gen. Sind die Mid-Gen? So, also, sie sind Mid, aber nein, Spaß. Nein, aber die Frage ist jetzt, äh, also ich würd einfach sagen, Leute, es gibt keine offizielle Definition, das hab ich bei meiner Recherche damals rausgefunden. Ja, gibt's auch nicht. Es hat einfach kein, 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 äh, kein großer Markenkonzern ging irgendwann hin und hat gesagt, das ist die New-Gen, das ist die Old-Gen. Ähm, der Einfachheit halber hab ich mich damals drauf festgelegt, für mich, dass ich immer, wenn ich New-Gen sage, die letzten fünf Jahre meine. Das war mein persönlicher... Ich denk mir halt immer, so der aktuelle Zeitgeist und halt maximal fünf Jahre zurück. Was heißt 2019? Ja, also, und da hat ja auch Chainsaw Man gestartet, glaub ich. Oder? 2018. Ich glaube vorher. JJ K. auch vorher. Okay, dann, dann, dann lass doch einfach, der Einfachheit halber sagen, New-Gen, weil das jeder kennt und weil das Werke sind, drei sehr große Werke, die auch einen eigenen Namen gekriegt haben von den Fans. Lass mal mit dem Dark Trio sagen, ab da hat die New-Gen angefangen. Okay, ich würd doch sagen, das passt auch noch zum Zeitgeist, man kann's dazu sagen. Aber findet ihr im Nachhinein, dass Sales Paradise berechtigt einer Teil des Dark Trios ist? Ich finde, LJJK ist super schlecht gealtert. Das ist kein berechtigtes. Also, ich mein, das Dark Trio ist einfach auch nur so ein... Ist ein Fan-Name, ja. Es ist ein Fan-Begriff komplett. Aber findet ihr, man kann's ansatzweise mit JJK oder Chainsaw Man vergleichen? Ich finde, es fällt komplett aus der Reihe, wenn man die drei Duds so hört. Ja, es passt also vielleicht vom Konzept her nicht so rein mit den anderen beiden. Ich find, da sind JJK und Chainsaw Man sehr viel ähnlicher. Und weil man halt bei Dark Trio, weiß nicht, ich glaub, die Community wollte so einen coolen Begriff, dann haben sie halt noch Hell's Paradise reingeschmissen. Wahrscheinlich. Es ist auch viel kürzer. Ja, ich glaube, das ist auch, weil die ungefähr gleichzeitig angefangen haben. Und weil das alles so... Also, Hell's Paradise hat halt von den dreien... die wenigsten Besonderheiten, finde ich. Also, es ist halt schon sehr generisch im Vergleich zu den anderen beiden. JJK ist überragend schlecht und Chainsaw Man ist wirklich unik. Und Hell's Paradise ist so irgendwie mittendrin. Also, der Punkt ist halt... Ja? Sag. Ich hätt gesagt, hätt ich jetzt das Ding heute machen müssen und hätt's nicht auf den damaligen Zeitgeist, wär's nicht darauf angekommen, hätt ich viel eher Dunderlander reingepackt. Voll, auf jeden Fall. Ich finde, Dunderlander ist auch wirklich valid. Und ich hab Dunderlander jetzt aktuell gelesen. Also, ich bin mit dem aktuellen Weekly Chapter angekommen. Krass. Und ich muss wirklich berechtigerweise sagen, dass Dunderlander das beste New-Gen-Werk ist, was es gibt. Ich finde, es ist schwierig, zwischen Chainsaw Man und Dunderlander zu entscheiden. Aber die nehmen sich gegenseitig so wenig, dass ich mich da gar nicht festlegen will. Aber einfach sagen will, Chainsaw Man und Dunderlander gehören für mich zu den besten New-Gens. Ich glaub, die beiden erfüllen einfach ihre jeweilige Sparte sehr gut. Voll gut. Und ich mag beide, weißt du? Hast du mehr Bock auf Humor, auf Kreativität und so? Wobei, Chainsaw Man ist auch kreativ, das will ich gar nicht abstreiten. Aber Dunderlander ist diese sympathische Kreativität, wo du dir denkst so, Junge, wie kommt man da drauf? Wie kann man den Charakter, der vor 50 Chaptern einkommt, jetzt so einbauen und so? Und ja, Chainsaw Man hat, finde ich, dahingehend bis jetzt auf jeden Fall die deepere Story, die Ernsthaftigkeit, die Düsternis. Und ich finde, das ist so eine geile Mischung so. Weißt du, deswegen liebe ich's. Montag kannst du Dunderlander lesen, Dienstag kannst du Chainsaw Man lesen. Das ist so perfekt für mich gerade. Ja. Ganz kurz, was ich zu Hell's Paradise noch sagen wollte. Ich finde tatsächlich, es ist zumindest origineller als JJK. Nicht als Chainsaw Man, though. Ja, aber weißt du... Weil JJK ist ja ein Aufguss von Bleach Loki und Hunter. Es ist definitiv ein Aufguss. Und ich finde, Hell's Paradise ist auch, was das angeht, uniker. Aber weißt du, was Hell's Paradise richtig schlecht getan hat, ist, dass das Werk schon abgeschlossen ist. Ja, es ist halt... Das lief 13 Wände, dann warst du dauer und fertig. Und ich meine, für die Länge... Also ich sage immer noch, Hell's Paradise ist kein schlechtes Werk. Und ich finde es von vorne bis hinten auch okay. Oro meinte, es hatte Schwächen im hinteren Teil und das sehe ich auch und so. Aber ich finde, es hat kein schlechtes Ende bekommen. Das haben zum Beispiel viele andere schon nicht geschafft. Und es ist zu Ende. Und es ist zu Ende. Und das Ding ist, da muss man einfach auch mal Props raushauen, weil der meiste Hype generiert sich dadurch, dass ein Werk ongoing ist, dass der Anime so krass produziert wird. Und ich meine, Hell's Paradise hat gerade mal zwölf Folgen bekommen. Da ist noch nichts anime-technisch irgendwie rausgekommen. Und nur die Manga-Leser wissen Bescheid. Das heißt, ja... Das könnte natürlich auch noch sein zweiten Frühling erleben, mit Web... Ich glaube durch dieses Abgeschlossene halt. Also jetzt denkt mal an den Manga. Denkt mal drüber nach, wenn ihr den kennt oder so. Ich weiß nicht, Lazar, kennst du den Manga? Den... Welchen Manga? Hell's Paradise. Hast du den komplett gelesen? Ja, ja. Ja, aber dann denkt doch mal an diesen Manga und dann überlegt mal, jetzt wo ihr euch so denkt, bei JJK hat man zum Beispiel gesagt, wenn Shibuya Incident animiert wird, das wird alles abreißen. Ja. Jetzt habt ihr in Hell's Paradise so einen Moment, wo ihr sagt, wenn der animiert wird, da wird das Internet brennen. Nein. Nee, 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 nee. Bei Chainsaw Man fallen mir fünf Momente ein. Gar nicht. Ja. Also deswegen, ich glaube halt, Hell's Paradise, ich würde Hell's Paradise auch immer besser raten und eher nochmal lesen als JJK. Safe. Aber oft ist es so, dass das Problem ist, dass wenn was polarisiert, sei es jetzt negativ oder positiv, wie JJK, was die letzten Wochen und Monate nur negativ polarisiert hat, Hauptsache es polarisiert, das ist halt oft so, dann bleibt es im Gedächtnis und die anderen Sachen werden halt eher vergessen. Also jetzt, wo du so drüber nach, wo du so sagst, ich habe bei meiner Top 50, ich habe nicht mal Hell's Paradise in meiner ganzen Liste von meinen 130 Mannes aufgeschrieben. Aber ich habe einfach vergessen, es überhaupt in Betracht zu ziehen. Es ist so egal gewesen. Guck mal, es ist witzig, dass du sagst, obwohl JJK ist das Gegenbeispiel, aber Hell's Paradise, dass es konstant ist in dem, was es macht, wird dem irgendwie zum Verhängnis, weil irgendwie... Total, total. Es hätte einfach mal was machen sollen, wo wir hier sitzen und sagen, Alter, war das scheiße. Oder geil, ja. Weil zum Beispiel bei Dunderdan ist es ja so, dass sie nicht Scheiße bisher gemacht haben. Da redest du ja eigentlich immer sehr positiv drüber und ich finde, was bei Dunderdan halt immer für Aufmerksamkeit und so nach außen her wirkt, ist, dass da Dinge vorkommen, die das Internet kennt. Beispielsweise, ich will jetzt nicht zu krass in die Spoiler rein, aber This Man. Der Mann, von dem jeder geträumt hat. oder in den aktuellen Chaptern auch von der Creepypasta, Oro, kennt sie? Momo. Ja, voll geil. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, Alter, das ist so... Zum Beispiel, ich sag auch nicht wer, aber es wird mal ein Charakter sehr klein in Dunderdan und da suchen sie Kleidung und zwar von den Sylvaniens und Sylvaniens sind auch gerade voll im Trend. Ja, Mann. Diese kleinen Figuren, die du ausziehst und anziehst und dann nehmen sie einfach die Klamotten. Hab ich dann ja auch welche gekauft. Ja, und dann nehmen sie einfach die Klamotten von Sylvaniens und ich finde, Dunderdan ist richtig, so für die heutige Generation, aber nicht im negativen Sinne. Checkt ihr? Das ist richtig Gen Z, aber nicht das Negative, was man damit assoziiert. Da hast du wirklich was Geiles gesagt. Da hab ich gar nicht so drüber nachgedacht. Und was auch, wisst ihr, was mir bei Dunderdan, was mir aber aufgefallen ist? Also ich bin Deutscher Stand aktuell, das heißt Kapitel 100 oder so mit Band 11, ich weiß nicht was... Und was mir aufgefallen ist bei Dunderdan ist, das wurde ja am Anfang, oder viele, wenn die das lesen, so den ersten Band, die ersten zwei Bände kritisieren ja diesen heftigen Fanservice und diese krasse Fast-Rape-Szene da am Anfang und so. Und mir ist aufgefallen, dass der Manga-Kar das super smart gemacht hat, das als Aufhänger zu benutzen, dass erstmal jeder drüber redet, was ist denn da los? Und es nie wieder gebracht hat. Und er hat es nie wieder gemacht. Dann hat er gesagt, aha, jetzt hab ich meine Aufmerksamkeit und jetzt mach ich, was ich machen will. So fühlt sich das an, so nach dem Motto. Richtig. Richtig. Das ist richtig interessant. Also der Manga-Kar wusste genau, was er macht, weil ich erinnere mich, als Danda dann damals losging als Manga, da war diese Szene so kontrovers, alle haben darüber gesprochen. Ja. Und jetzt wo der Anime läuft, diskutieren sie wieder darüber. Ja. Ich hab die erste Folge gesehen, neulich, also vor einer Woche oder so, mit Wieselgang und Gisem und Chu waren sehr abgetan von der Szene. Ja, wie die meisten Frauen. Wie die meisten Frauen, verständlicherweise. So. Und das sorgt halt für Diskussionsstoffe im Internet. Das soll's auch, das soll's auch. Erzeugt auch ein falsches Bild, weil wie ihr sagt, der Manga ist später gar nicht mehr so. Und das ist ja aber auch wirklich, das ist, das ist richtig schlau. Also, das ist einfach schlau gewesen. Also, ich hab das Gefühl, der trifft die ganze Zeit schlau Entscheidungen, wie Nix schon gesagt hat. Voll. Was halt voll spannend wird, wird Danda dann irgendwann mal in 10, 20 Jahren nochmal zu lesen oder zu schauen. Und dann hast du ja wie so eine Zeitkapsel. Er bezieht sich ja auf voll viel aktuelle, gehypte Dinge, diese Sylvaniens und so was. Weißt du, und dann denkst du dir so, ach, das gab's ja auch. Das ist, als wenn du heute einen Schonen von damals liest und die spielen Game Boy. Und damals war Game Boy aber hochaktuell. So, weißt du, ich weiß noch Sandland, wo Toriyama reingeschrieben hat, ich spiele Dragon Quest XII auf der PS6. Übrigens, sehr realistisch, dass das wirklich passiert. So, hat er gut prediktet. So, aber... Vorschedowing. Aber, dass ich liebe das, was mitzukriegen, dass das so am Zeitgeist ist. Das muss ich wirklich, wirklich sagen. Das ist eine coole Sache. Weißt du, ganz interessanter Take dazu kurz. Es gibt einige Manga, die zum Beispiel über so eine große Periode laufen. Entweder, weil sie sehr lang sind oder weil sie nur sehr sporadisch veröffentlicht werden. Zum Beispiel Conan begann ja auch in den 90ern schon. und Aoyama hat halt nur den damaligen Stand der Technik zur Verfügung und hat so seine Fälle geschrieben. Mittlerweile gibt es überall Smartphones und Internet und was weiß ich. Und auch die Fälle in Conan haben sich verändert, obwohl die Zeit in Conan gar nicht so weit vorangeschrieben ist. Das ist krass. Aber das ist einfach diese künstlerische Freiheit, die der Mangaka sich nimmt, damit er neue Geschichten erzählen kann. Ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Manga hier, Yotsubato. Der wird so langsam veröffentlicht, dass der Stand der Technik in der Welt sich so verändert hat, dass der Mangaka das einfach übernimmt. So am Anfang, keine Ahnung, haben die so alte Telefone und in den aktuellsten Kapiteln spielen sie Nintendo Switch und so weiter. So innerhalb von 15 Bänden, obwohl das auch nur ein Jahr ist, in dem diese Story spielt. Voll geil. Ich finde das eigentlich voll cool. Das sind solche, wie die Mangaka so subtil aktuell bleiben. Auch wenn es technisch gesehen oder theoretisch gesehen nicht wirklich Sinn ergibt. Aber ich mag das, wenn die Mangaka einfach dort, wo sie es brauchen, die Logik verbiegen, um daraus noch etwas Cooleres zu machen. Ich finde es eigentlich cool. Ja, schon geil. Ich liebe Mangaka. Ja, also glaubt ihr, dass man so in 10, 15 Jahren positiv auf Dunder dann zurückblickt und sagt, vor allen Dingen auch die Leute, die jetzt so damit angefangen haben zu sagen, jo, das hat schon meine Gen geprägt. Ich denke nämlich auch. Ich denke nämlich auch. Also, das Ding hat jetzt wie viel Kapitel? 200? Irgendwas in dem Video? Nee, 170, genau. Guck mal, könnte ich ja eigentlich mal aufholen. Also das Ding ist... Oh, vor allen Dingen sind da die besten, also wirklich Goated Arcs. Goated Arcs danach. Und ich denke mir halt, guck mal, der Punkt ist ja der, Dunder dann ist bis jetzt noch nicht negativ aufgefallen. Also es ist immer nur am Anfang und dann eigentlich, ich kenne nur Leute, die gesagt haben, die dann drangeblieben sind und gesagt haben, okay, ich bin doch positiv überrascht. So weißt du. Und ich, das Einzige, was er nicht machen darf und ich unterstelle es einfach mal, dass das nicht passiert ist, sein Werk gegen die Wand fahren, indem er es im letzten Arc komplett verkackt. Er muss, das ist ein Ding, das müssen Mangaka schaffen. Gerade muss er es noch nicht machen, weil der Manga läuft sehr gut und er kann auch genug machen, aber er muss, das schaffen die meisten nicht den rechtzeitigen Absprung finden. Er muss es beenden, wenn es beendet werden muss. Nicht zu früh und nicht zu spät. So weißt du, das ist immer die größte Challenge. Das ist echt die größte Challenge. Ja, das ist so ein besonders großes Problem im Shon-O-Manga-Bereich. Aber wie viele, du kriegst ja ein Beispiel nach dem anderen, wie scheiße Leute. Wie viele Schonen sind keine 10 von 10, nur weil man sie nicht rechtzeitig beendet hat? Richtig, richtig. Ach schon, krass, oder? Ich würde auch behaupten, Naruto hätte eine 10 von 10 werden können. Eine 10 von 10 nicht, aber es hätte bestimmt, bis zum Zeitpunkt, ja, aber es hätte bis, bis, sogar bis bevor Kaguya ausgetaucht ist, hätte es sogar eine 8,5 oder 9 kriegen können von mir. Voll, voll. Ich sag's dir, wie es ist. Und dann kommt, nur weil man noch irgendwie so, ja, ja, kann man diskutieren, deswegen hab ich auch keine, ja, 8,5 finde ich immer noch legit für alles, was vorher war. Aber am Ende des Tages muss man halt sagen, bei Naruto, ich find, das ist ein super, super Beispiel dafür, dass du nur, indem du deine Geschichte ein Vierteljahr länger gemacht hast, oder ein halbes, dein Werk auf eine 7 von 10 geballert hast, oder auf eine 6,5 oder so gefühlt. das ist so schade. Ja, der Bruder hat halt auch nicht geguckt. Nein, der hat geguckt, aber der hat viel zu lang geguckt, der hat es anbrennen lassen. Das ist nämlich das Problem. Meint ihr nämlich, das ist das Problem von steigender Popularität und von Geld und von Berühmtheit, wie es zum Beispiel bei Jujutsu Kaisen würde ich sagen, auch genauso war? 100% ist das ein großer, großer Faktor. Weil dir einmal das Studio nämlich mit der Knarre am Gesicht steht und sagt, mach das noch so lang, mach das in dein Chapter rein und führ es nicht weiter aus, als es nötig ist. Und auf der anderen Seite, du denkst, ich hab doch alles mit dem Werk schon, ich hab schon mehr mit dem Werk geschafft, als ich mir erhofft habe. Jetzt ist eigentlich, also jetzt brauche ich meine Kreativität auch nur an zweite Stelle zu rücken. Und das ist halt, das ist die Problematik dahinter. Und ich glaube, das ist auch bei Jujutsu Kaisen passiert. Weißt du, was mir dazu noch eingefallen ist? Das habe ich realisiert, als ich mal ein Interview von Toriyama gelesen habe, weil der hat ja Dragon Ball auch quasi am Höhepunkt seiner Popularität beendet. Also Dragon Ball endete nicht, weil, keine Ahnung, keiner mehr Bock hatte. Das Gegenteil war der Fall. Alle wollten, dass er weitermacht. Aber Toriyama hat sich mit, er hat erzählt, wie er mit allen, die mit ihm gearbeitet haben, und das sind ja viele Leute, Editoren, Assistenten, okay, er hatte nur einen, aber sehr, sehr viele Leute, die an dem Franchise und an dem Projekt beteiligt sind, deren Job ändert sich, fällt zum Teil weg, wenn der Manga endet. Also allein, da ist ja allein schon eine riesige Unsummen an Geld, was die in dieser Entscheidung mit einfließt. Du beendest deinen Manga, einen, der sehr populär ist. Das ist auch das, was Akutami zur Zeit betrifft. Aber um das Beispiel Toriyama abzuschließen, er meinte auch, er hat den Manga beendet an dem Punkt, weil, nicht weil die Geschichte nicht, gar nicht mehr hätte weitergehen können, sondern weil er gemerkt hat, er stößt an seine Grenzen. Und wenn er jetzt weitermacht, würde genau das passieren, was Kevin vorhin meint. Er würde es anbrennen lassen, er könnte die Qualität nicht mehr aufrechterhalten. Deswegen hat er nach dem Buak aufgehört. Und das hat Kishimoto nicht gemacht. Guck mal, ihr müsst euch das mal so vorstellen, Jungs. Und einige andere vielleicht. Ihr fangt mit eurem YouTube-Kanal an, so wie ihr es jetzt habt. Und ihr habt jetzt eure Themen, auf die ihr Bock habt, mit den Videos, auf die ihr Lust habt und so. Und jetzt kommt ein Management und sagt, hey, wir wollen ein, ne, ihr seid ja jetzt nicht die, die, äh, größten Creator in Deutschland, aber ihr wollt sie ja gerne werden. Deswegen sagen die jetzt, hier kaufen wir jetzt euren Kanal ein. Ähm, dafür bekommt ihr dann im Jahr eure 50, 60.000. Aber dafür macht ihr genau diese Videos weiter. So, und ihr macht das, ihr habt den Vertrag unterschrieben und jetzt müsst ihr die nächsten drei Jahre lang, jeden Tag, die Videos machen. Aber in der Zeit verändert ihr euch. Wie oft haben wir unseren Content schon verändert? So, aber ihr habt im Hintergrund, nein, ihr müsst ja, weil vertraglich seid ihr gezwungen, diese Videos wöchentlich zu veröffnen. Und ihr habt irgendwann keinen Bock mehr da drauf. Dann wollt ihr doch, dass diese drei Jahre möglichst schnell zu Ende sind, damit ihr diese Videos weg habt, damit ihr endlich euren Kanal oder neuen Kanal anfangen könnt, wo ihr das machen wollt, worauf ihr Lust habt. Und ich glaube, so kann man sich das ein bisschen vorstellen mit dem Werk, was man mal angefangen hat aus der Kreativität und Lust heraus. Ja. Was aber zu groß wurde, was heißt zu groß, aber zu populär und dann hast du auch finanziell den Effort, das bekommst du daraus ja gar nicht. Die machen ja schon die Verträge nach den ersten 10, 20 Chaptern bei Jujutsu Kaisen oder so, sagen die schon, ja, das kaufen wir ein und das ist unser Anteil davon. Natürlich sagst du als kleiner Mangaka, ja, und merkst dann erst im Nachhinein, scheiße, ich hätte eigentlich viel mehr jetzt bekommen sollen, weil das Werk wurde riesig, weltweit bekannt. Akutami war ja auch ein Newcomer, also der war ja nicht, niemand kannte ihn. Er hatte ja kein Fundament in der Industrie. Eben. Deswegen gerade bei ihm, er ist sicher so ein Kandidat, wo man, voll, wo Shueisha oder wer auch immer viel mit ihm machen könnte, nach seiner Pfeife tanzen lassen konnten. Also, wolltest du noch was sagen? Achso, ich wollte eine Sache wollte ich tatsächlich sagen und zwar wisst ihr, wie viel die Dame von Dimension Dimenslayer, ich habe gerade dich hinab im Kopf. Ich weiß es. Du weißt es, oder? Ich weiß es, ja. Der Film hat ja, ich glaube, hunderte Millionen Euro eingebracht, der Kinofilm, vom Muggentrain-Arc. Weißt du, Uro, wie viel sie bekommen hat? Nee. 10.000 Euro. Ach du Scheiße, das ist auch immer der Grund, warum ich euch immer frage, ob ihr sicher seid, dass Mangaka Millionäre sind, weil das höre ich ja ganz oft. Nein, du musst dir vorstellen, dieser Film war der erfolgreichste animierte Film. und der hat am meisten Geld einfach, als sie kriegt, anfanglich im fünfstelligen Bereich. Das ist, wenn du Newcomer bist. Das ist, wenn du als Newcomer schon, das ist ja auch in der Musikszene und so, ähm, ja. Leute sehen, Leute sind darauf geschult, die sind darauf trainiert, das ist deren Job, früh zu erkennen, dass du Potenzial hast, noch bevor du's weißt. So, und es ist deren Job, in dem Moment, dir einen Vertrag aufzuschwätzen, der erstmal super geil für dich klingt, aber in fünf Jahren klingt der für dich gar nicht mehr geil. ganz genau. Ach du Scheiße. Ganz genau. Und dann kannst du, dann hast du zwei Optionen. Du hast die Option, das einfach zu ertragen. Das ist, äh, das, was die meisten machen und das, was ja auch einfach viele Japaner machen, weil das einfach so ein Ding ist. Was auch viele dann in den Burnout später oder früher bringen mit ihrem Wort wird. Oder du hast die Option, das ein bisschen so zu machen, wie damals, wenn sich einer an die alten YouTube-Seiten erinnert, wie Unge bei Mediakraft, als er so ein Video hochgeladen hat und gesagt hat, mein Vertrag ist komplett scheiße, ich will hier raus, das ganze Unternehmen gefickt hat. Das heißt, theoretisch, so ein Akutami hat vielleicht auch einen Scheißvertrag gekriegt über die nächsten fünf Jahre, etc. Laufzeit, musste das Ding fertig machen, wollte es nicht, aber da ist die Frage, also natürlich kann man das nicht verlangen, so weil du gehst dann in gerichtliche Verhandlungen, etc. Aber theoretisch hätte er wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, weil sein Werk so gehypt war und das beliebteste in der Shonen Jump zu diesem Zeitpunkt mit One Piece so immer im Wechsel, er hätte wahrscheinlich sagen können, ey, wir machen es so wie ich will oder ich zeichne nicht mehr weiter. Und dann hätten die den verklagt. Das hast du ja auch gemacht. Wäre aber auch die Frage gewesen, hätten die den wirklich verklagt oder hätten die gesagt, na gut, bevor wir gar keinen JJK mehr kriegen, machen wir es so wie er will. Da zeigt sich dann immer ein bisschen, ja, aber da musst du auch Bock auf Konfrontation haben. Ich glaube, das haben viele Japaner einfach nicht. Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das siehst du nämlich auch, bei den ganzen K-Pop-Sachen, da gab es ja auch ein großes Drama jetzt. Das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, Laza. Mit New G. Mit New G, genau. Von den Gehyptesten und Größten, das waren ja die, die am Flughafen das neue Gesicht wurden. Mit Plakaten und alles. Wurde super schnell geändert, weil die einfach vertraglich so ausgenommen wurden, weil die so bekannt wurden, aber so einen scheiß Vertrag hatten, dass die gesagt haben, das machen wir nicht mehr weiter. Und dann bist du aber auch, dann wirst du zur Nullnummer gemacht von der gesamten Bevölkerung, von den Managern, von der Szene, du bist dann niemand mehr. Und deswegen ist dieser Druck auch so krass, dass du dich nicht beschwerst und das alles schluckst, weil du weißt, die können dich mit einem Schnips zu einem irrelevanten Menschen machen. Deswegen ist es immer so krass, wenn danach noch schafft, jemand sich alleine so, ne, alleine hinzustellen und noch was zu schaffen danach. Das ist ja... Übrigens, geiles Ted, Uru. Ich finde das, bis ihr das gerade zum ersten Mal habt, das sieht ultra lit aus, Alter. Danke, Mann. Danke. Was, welches? Das auf dem Handrücken, Junge. Das ist sick. Seit wann hast du das? Seit einer Woche jetzt, glaube ich. Damn. Junge, hab ich die mal nicht bekommen. Ich liebe das. Das sieht richtig gut aus, Alter. Ja, Mann. Danke dir. Was ich sagen wollte, in Deutschland, das ist tatsächlich eine gute Sache an Deutschland, wir sind relativ gut gegen sowas immer gesetzlich abgesichert, weil es gibt, gerechtlich in Deutschland, das ist sittenwidrig, wenn du eine Sache von jemandem kaufst für sehr günstig und dann sehr, sehr viel Gewinn damit machst, dann kann er das anfechten hinterher und dann wird das Gericht nicht angepasst. Dann beispielsweise, das ist jetzt nicht auf Deutschland bezogen, aber der The Witcher-Autor, der diese Bücher gemacht hat, der hat diese Lizenz damals an CD Projekt Red verkauft, die ja die Spiele gemacht haben, für 1000 Euro umgerechnet. Und dann dachte er sich so, ja, 1000 Euro, geil. Geil. Macht damit, was ihr wollt, so weißt du. Und dann kam Witcher 1, war schon, ja. Und dann kam Witcher 3. So, und ihr wisst, was passiert ist, so. Und dann hat er CD Projekt Red verklagt und hat gesagt, ey, das ist nicht im Verhältnis zu dem, was die mir gegeben haben. Die verdienen ja jetzt hunderte Millionen mit meiner Marke und ich verdiene nix, ich kriege keine Beteiligung oder so. Ich glaube, das wurde hinterher festgelegt, dass er keine Nachzahlung kriegt, sondern eine Beteiligung. Was ja auch, das ist auch oft das Ding, womit ihr abgezogen werdet, das passiert ganz oft in der Szene, ja, das bestimmt auch schon gehört. Am Anfang kommen Leute zu euch, wenn ihr Content-Querer seid oder Künstler oder in irgendeinem Bereich, Leute, die euch helfen können, weil die das Kapital haben, die Reichweise, das wissen, keine Ahnung. Und die sagen zu euch, zwei Optionen, entweder ich gebe dir 10.000 Euro oder du kriegst eine Beteiligung an allem, was wir machen in Zukunft. Ich sage es euch, wie es ist, nehmt fast immer in 90% einfach die Beteiligung, weil ihr werdet euer Leben hassen, wenn ihr jetzt erst denkt, oh, 10.000 Euro, geil, und dann in einem Jahr euer Kanal 30.000 Euro im Monat macht, dann hasst ihr euer Leben. Das ist ganz oft bekannte Taktik. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Manga-Verlagen ähnlich einhergeht. Ja, das Problem ist halt, dass es leider, egal wie nett diese ganzen Unternehmen wirken, die wollen ja nie was von dir als Mensch. Die wollen nie was, erstens von dir als Mensch, und zweitens wollen die halt auch möglichst wenig Geld ausgeben, obwohl sie es selber haben. Und deswegen ist es so, wenn du ein kleiner Creator bist, da denkst du dir halt auch oft, oh ja, geil, 200 Euro, dann kann ich sagen, ich hab damit schon mal mein Geld gemacht. Aber dann machst du auch deinen Marktwert damit fest. Und dann spricht sich rum, für 200 Euro machen die eine Insta-Story oder auch ein Post und ein Video und ein TikTok oder ein Reel. Und auf einmal verkaufst du dich halt tatsächlich unter deinem Preis, was deine Zahlen aufliegen und so weiter angeht. Und vor allen Dingen, das ist dir in dem Moment zwar egal, aber du versaust auch den gesamten Marktwert für die großen Creator. Weil warum sollten die dann 5.000 Euro für einen geben, der 100.000 Aufrufe macht auf die Sachen, wenn sie doch für 200 Euro jemanden kriegen, der 1.000 auf die macht, dann ist das für die einfach eine entspanntere Nummer und sie können das halt auch als Werbeausgaben abrechnen beim Steueramt. Das ist ja wirklich, die machen dadurch keinen Verlust, das ist ja wirklich abgerechnete Ausgaben, damit man eben auch Steuern spart und damit man auch eben eine Corporation eingeht. Also das ist auch nochmal so ein Aufruf dahin. Verkaufst euch nicht unter eurem Preis. Das ist immer so ganz wichtig, was ich immer mitgeben möchte. Bevor ich da meine ersten Kooperationen gegen Bezahlung hatte, so letztes Jahr hat das glaube ich angefangen, da habe ich ja auch Niek gefragt, weil der sich damit auskennt. Ich so, ey, wie viel kann ich da nehmen und so, weißt du, weil das Ding ist, du hast ja gar kein Gefühl für sowas. Also du hast ja keine Ahnung. Und es passiert aber ganz oft, also es ist ja auch immer noch in der Szene, gerade in der Manga-Szene, gang und gäbe, dass du einfach Dinge machst für, du kriegst ja nicht mal ein Entgelt, du kriegst einfach den Manga. Genau. Den 5 Euro Produktion, 3 Euro Produktionskosten Manga, so weißt du, das kriegst du dann und das ist dann deine Bezahlung im Sinne. Das ist erstmal ganz cool, aber es ist natürlich, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, aber ohne Laza, ich glaube, das war noch ein Weeps, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass das total doof ist, seinen Wert da nicht zu kennen. Deswegen natürlich nicht jeder ist in der Position, Leute zu fragen, aber das gibt es überall. Also Zeichner, es gibt ja auch Zeichner, die für 50 Euro, die meinen dir da das krasseste überhaupt, die stecken da 20 Stunden Arbeit rein, das ist das heftigste Gemälde, was du da anfragen kannst und dann denken sich andere Leute, naja gut, das wäre eigentlich 500 Euro wert gewesen, weil er da gezeichnet hat in Aufwand und das sind halt die Preise, die ich gerne hätte, weil ich wie ein Mensch bezahlt werden will und die kann ich jetzt nicht mehr nehmen, weil er geht da einfach zu dem anderen Menschen und das ist krass insane. Ja, stimmt. Aber, um jetzt mal auf dieses Manga-Thema zurückzukommen, was wir eigentlich in dieser Folge haben, New Gen gegen Old Gen, Laza, du hast ja kurz Toriyama angesprochen, als ich gesagt habe, hier, Geku Akutami hätte auch einfach mal der Jump sagen können, wir machen das so, wie ich will oder wir machen es gar nicht mehr. Gibt es da nicht eine Geschichte mit Toriyama, wo es so ähnlich ablief? Ja, ja, habe ich das nicht in der Dragon Ball Folge erzählt? Ich meine, aber erzähl es mir nochmal, weil nicht jeder hat ja die Dragon Ball Folge gehört. Warum? Gute Frage. Nee, tatsächlich, das war, das müsste nach dem Oberteufel Piccolo Arc gewesen sein, da wo Goku groß wurde, das erste Mal, also nicht der Dragon Ball Z Timeskip, sondern der vom, zum vorletzten, zum letzten Arc von Classic, wo Goku zum Turnier kommt. Da hat Toriyama in einem Interview erzählt, dass er Goku schon eigentlich die ganze Zeit groß machen wollte, schon länger, deswegen, aber er durfte nicht, deswegen war Goku die ganze Zeit, auch wenn er älter wurde, Dragon Ball vergeht ja von Beginn an recht viel Zeit, also ein paar Jährchen und gerade eine junge Figur wächst da eigentlich, aber Goku blieb die meiste Zeit relativ gleich groß, weil er von seinem damaligen Editor von Shueisha nicht die Erlaubnis bekommen hat, seine Figur zu verändern, weil die das nicht wollen. Weil ein, so nach dem Motto Don't change our running system, die Kids mögen Goku, wie er gerade ist und eine Veränderung bedeutet automatisch mit dem Verlust von Fans, die es mögen, wie es gerade ist. Und Toriyama hat sich dem eine Weile lang gebeugt und bis er irgendwann gesagt hat, hey, ich kann meine Geschichte nicht auf die nächste Stufe bringen, ich brauche eine, allein schon, um intensivere Kämpfe zu zeichnen, brauche ich eine Figur mit erwachseneren Proportionen und Gliedmaßen, damit ich bessere Kämpfe zeichnen kann und um eine ernstere Geschichte zu erzählen, brauche ich auch eine ernstere Figur, aka eine Erwachsene und die waren dagegen, bis er dann gesagt hat, ich mache das jetzt so und wenn er mir das nicht erlaubt, breche ich den Manga ab. Und dann hat er noch zusätzlich dazu das Manuskript vom Kapitel so spät abgegeben, dass sie es gar nicht mehr hätten ändern können. Und das war ein riskanter Move, hat sich herausgestellt, es ist eingeschlagen wie eine Bombe, alle haben es noch viel mehr geliebt und dann haben alle gesagt, Tori, Bro, weiter so. Und dann durfte er, das war so ein Schammo. Also, aber heute hast du das Gefühl, das ist eigentlich, sowas ist ein bisschen verloren gegangen, du hast manchmal diese Craziness, wo du das Gefühl hast, okay, der Typ tickt nicht ganz richtig, ist bei Fujimoto. Und bei Fujimoto frage ich mich ganz oft, also ich feier Chainsaw Man, ich feier die One-Shots von ihm so, auch noch diese Internet-Videos, weil er versucht zu schweben oder so eine Sache so, aber inzwischen frage ich mich bei Fujimoto ganz oft, ich weiß nicht, Leute, ob ihr das nachvollziehen könnt, wie viel davon einfach auch Marketing ist teilweise, so weißt du, weil klar reden Leute über den, so klar, wenn der immer wieder so komische Sachen twittert oder in seine Panels irgendwelche Codes einbaut, die du dann eingeben kannst auf Websites, das ist doch auch einfach, damit Leute drüber reden, also teilweise. Klar ist der bestimmt ein bisschen verrückt, aber ich glaube, der soll halt so ein bisschen auch dieses verrückter Bad-Boy-Image haben im Verlag, so wisst ihr, was ich meine? Kann gut sein, ja, kann gut sein. Ich glaube. Ich meine, viele, viele Japaner sind halt einfach ein bisschen crazier so als andere Europäer, so. Und ich meine, dieses durch den Raum fliegen, das war ja lang bevor der Chainsaw Man gezeichnet hat. Ja, das war bestimmt auch noch authentisch, aber inzwischen, glaube ich, es ist einfach viel, auch dieses, guck mal, er ist ja in einer guten Position, sage ich jetzt mal dummerweise, dass er jetzt inzwischen wirklich nicht mehr gut zeichnet, also ich liebe Chainsaw Man, aber er zeichnet einfach, der Mann zeichnet seit einem halben, seit einem Jahr vielleicht schon nicht mehr wirklich gut, Leute. Das ist einfach leider ein Fakt. So, aber seine Story ist immer noch sehr gut und er macht immer noch sehr interessante Dinge, deswegen kriegt er es nicht so ab, die Gigi Akutami. Und er hat mal, und er kann eigentlich auch besser zeichnen. Und ich glaube, er ist in der glücklichen Position, dadurch, dass man ihn so kennt und dass er ist, wie er ist, dass Leute halt sagen, ach, der zeichnet nicht so gut, aber das ist ihm egal, weil er ist Fujimoto und er ist halt so crazy. Guck mal, er gibt nicht mal einen Fick auf seinen geilen Chainsaw Man-Manga, weil er weiß schon, am Ende werden es alle lieben. So, ich denke mir so, ist das vielleicht einfach auch ein bisschen so der Trick? So, wisst ihr, was ich meine? Ja, kann sein. Sicher, also zu 100 Prozent ist es sehr kalkuliert, alles, was man da machen kann. Nick hat tatsächlich vorhin ein K-Pop-Beispiel gebracht, ich kann auch eins bringen. Also da ist es auch ganz oft so in den jeweiligen Gruppen, dass die einzelnen Member, sei es Boy- oder Girl-Groups, eine bestimmte Ästhetik haben oder einen bestimmten Vibe nach außen tragen sollen, auch wenn es theoretisch gar nicht deren Persönlichkeit entsprechen soll, aber einfach, weil sie so aussehen oder weil das Label so möchte. Alter, einen Charakter, du darfst gefühlt quasi gar nichts. Also, Beziehung, Körper zeigen, freizügig rumlaufen, also alles. Ich glaube, Laza meinte das so, dass die einen Archetype erfüllen müssen. Ja, ich meinte, dass sie sich so präsentieren zu haben, wie das Label es möchte. Okay, okay, check. Das gibt es aber überall in der Welt. Also, wenn wir jetzt ein Management hätten, also ein Management, das uns drillen will, so weißt du, auf Erfolg, die würden zu uns kommen und die würden sagen, Laza, du bist immer der ruhige und der Besondere. Ja, genau. Dann würden sie sagen, oh, du musst jetzt mehr Jokes machen. So weißt du, also die würden so, Monique, du bist der Coole. Du musst einmal die Folge auf deine Zunge beißen oder so. Bitte, 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 lakete die Schenkel. Dukel mal am Daumen oder so. Dukel mal am Daumen. Du bist in Japan, bei Manga Khan, meinetwegen, in einigen Aspekten. Sei mal vier Wochen krank und alle, lass mal die Gerüchte-Küche brodeln, dass du nicht mehr dabei bist. Er ist. So ne Moves, weißt du. Und dann kommst du back und hast dein Solo-Album gemacht oder so. Keine Ahnung. Einfach Bravo-Artikel. Lass mal, was wolltest du sagen? Zu dem Punkt, dass hier Toriyama sich durchgesetzt hat und dass Akutami das vielleicht nicht gemacht hat, da spielt natürlich auch mit ein, dass Akutami, wie wir vorhin meinten, schon ein Newcomer war, komplett. Und der, ich glaube, nie damit gerechnet hat, dass sein Werk so durch die Decke geht. Und zum anderen, Toriyama war genau das nicht. Er hat, Dragon Ball war nicht sein erster Manga, er hat schon Fuß gefasst in der Industrie mit einem Vorwerk, Dr. Slump, und lief auch sehr erfolgreich in der Shonen Jump. Viele wissen es, glaube ich, gar nicht. Er hatte schon Dragon Balls. Ja. Balls. Er hatte Balls, weil er gemacht hat, was er, ah, egal. Ja, red weiter. Toriyama war nach dem Ende von Dr. Slump schon längst Multimillionär. Er hätte sich zur Ruhe setzen können, aber er dachte sich, ja komm, machen wir noch einen. Und dann hat er gekocht. Ja, hat er es gekocht. Auf jeden Fall. Und ja, das war bei Akutami natürlich nicht. Da hatte die Shonen Jump viel mehr die freie Hand, mit ihm umzugehen, wie sie es wollen, merkt man auch. Also, ich finde, die Weekly Shonen Jump oder Shueisha, ist das Magazin, das am meisten seine Künstler kontrolliert und die genau wissen, was sie haben wollen in ihrem Magazin. Ich finde, das ist mittlerweile noch prominenter als früher. Die haben ein bestimmtes Konzept, was sie ganz oft versuchen und wenn es nicht klappt, wird das Werk geaxed. Mittlerweile sind die da sehr radikal und versuchen es wieder. Und manchmal entsteht dadurch eine spontane Explosion, wie bei JJK, Demon Slayer, Tokyo Revengers maybe. Tokyo Revengers ist doch schon ein Jump, oder? SES ist auf Manga Plus, also wird es irgendwie Das ist schon ein Jump, oder es ist Jump Plus, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Shueisha. Shueisha wird es schon sein. Yes. Ich finde, andere Manga-Magazine in Japan, allein schon, wenn man sich das Line-Up der Werke ansieht, die sind da viel ungeordneter, viel variabler. Ich finde, das ist ein Anzeichen dafür, dass die Mangaka dort sicher auch, aber nicht so strikte Vorgaben haben, wie die Shonen Jump. Ja, die bringen aber auch immer die runderen Geschichten hervor. Weißt du, was ich meine? Also, ich habe das Gefühl, so Sane in Magazine, wo jemand, Binland-Saga, guck mal, der Bro hat jetzt in drei Monaten ein Kapitel veröffentlicht, wahrscheinlich denken die sich bei Yukimura auch, mach, wann du willst. So, das denken sich auch bei einem Inoue, das denken sich bei solchen Leuten, einfach bei einem Urasawa, die denken sich, Bro, mach, wann du willst, das wird eh jeder lesen, der der Fan ist, weißt du, die haben, und entsprechend entstehen aber auch immer Werke, die am Ende sich nicht so anfühlen, als hätte man mit Absicht noch mehr gemacht, oder gerusht, oder so, weißt du, sondern die Leute haben halt Zeit, weil das ist, so, keine Ahnung. Ich finde auch nicht nur Seinen-Magazine, auch andere Shonen-Magazine, wie Weekly Shonen Sunday zum Beispiel, ich meine, das ist das Magazin, wo Sachen wie Ranma 1,5 und Magi, war Ranma 1,5 dort? Inuyasha war dort safe, ich glaube auch Ranma, und Magi und Conan, Fullmetal, kann sein, I don't know, ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall Werke, die viel losgelöster voneinander wirken, weißt du, was ich meine? Ja. Im selben Magazin, die haben nicht so ein Konzept, nicht so ein ausgearbeitetes, wie die Weekly Shonen. Ich weiß, was du meinst, bei der Shonen Jump ist es oft so, dass du das Gefühl hast, dass eigentlich wöchentlich so zehnmal der gleiche Manga rauskommt. Ja. Ja, das stimmt. Aber auch seit 20 Jahren, also eigentlich seit Dragon Ball gefühlt, so, wisst ihr, was ich meine? Ja. Da hast du das Gefühl gehabt, die haben einmal die Formel entdeckt, und dann dachte ich, das ist die Formel. Das ist so ein bisschen Nintendo vergleichbar, oder? Auf eine Art, auf eine Art. Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Wobei Nintendo ja immer noch versucht, ich will jetzt Nintendo gar nicht schönreden, die machen auch viel Scheiße, aber die versuchen noch immer, in ihren Main-IPs Wert auf Innovation zu gehen. Klar, die bleiben gleich, aber die versuchen dann immer diesen Twist, um die Ecke zu haben, wo sie sagen, ah, jetzt haben wir dich wieder mit unserem neuen Ding. Das versucht die Shonen Jump, finde ich gar nicht. Also, das ist so. Ich wollte gerade sagen, ich finde, man merkt da auch Tendenzen, also wie du sagst, vor allem seit Dragon Ball hat die, hat Shueisha seine Formel herausgefunden, nämlich diese, und die nächsten 20 Jahre hast du Dragon Ball Kopie 1 bis 100 drin gehabt. Nicht abwertend gemeint, aber es ist halt so, die Formel ist halt die. Aber, ich finde, über die Jahre mittlerweile, auch wenn die Werke innerhalb des Magazins meistens recht ähnlich waren, wandelt sich der Ton allmählich. Also, ich finde zum Beispiel die Big Three-Ära, Naruto, Bleach, One Piece, Hunter, Yu-Gi-Oh, Digga, das lief alles mal gleichzeitig in der Weakishone, ist schon voll crazy. Und, diese ganzen Geschichten waren näher an Dragon Ball und der Old School-Formel, als es jetzt heutzutage ist, mit JJK und Demon Slayer und solchen Sachen. Also, da merkt man auch einen leichten Shift, auch wenn die Werke, die zur Zeit laufen, auch wieder dieselbe Sparte erfüllen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also, jetzt ist gerade der Trend so ein bisschen dahin, die Geschichten versuchen, sie erwachsener wirken zu lassen, sie ernster zu machen. Die Charaktere sind kantiger gezeichnet, so teilweise. Das ist als, vergleichs mal damit, dass in Pokémon der Protagonist die ganze Zeit 10 war und in Schwarzen und Weiß war auf einmal 16. So eine Sache. Oder 15. Und dann wieder in Sun and Moon 5. Und auch das, kurz, bevor du weiterredest, auch der Aufbau der Geschichte ist sehr strukturiert ähnlich damals und heute, auch wenn sie sich gewandelt haben. Früher haben Geschichten sich viel langsamer aufgebaut. Mittlerweile braucht man einen Hook am Anfang, wie zum Beispiel bei Demon Slayer deine ganze Familie stirbt oder bei Titan deine Familie stirbt. So ein richtiger Schockmoment, wo man sagt, man braucht so einen Aufhänger. Und es werden noch viel öfter die Highlight-Momente gechased. Es muss Fast-Paced sein. Geschichten sind viel mehr Fast-Paced geworden. Du hast keine langen Shonen-Manga mehr, überhaupt nicht wie damals. So alle hören auch auf. Deswegen, man merkt, dass die Shonen Jump einen gewissen Film fährt und den auch durchsetzen möchte. Ja, das ist wahr. Ich glaube, also ich verstehe, was du meinst. Also das meinte ich auch nicht, dass sich das so unterscheidet. Der Unterschied ist, Nintendo geht sehr unterschiedlich mit ihren verschiedenen IPs um. Weißt du, was ich meine? Also Mario ist was anderes als Zelda, ist was anderes als Pokémon. Pokémon war mal bekannt dafür, also das war bis, bis 2010, 11, war das so, die haben wirklich versucht, mit jeder Generation irgendeine Innovation reinzubringen, die die Dinge verändert hat. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ihr bestimmt, Zuschauer vielleicht nicht, Feuerrot, Blatt, Grün, die haben damals das erste Mal Tauschen ohne Linkkabel ermöglicht mit diesem Wireless-Adapter. Und mit der Entwicklung dieses Adapter, das wissen viele gar nicht, hat Game Freak dafür gesorgt, dass der Nintendo DS, der danach kam, das konnte kabellos tauschen. Weil es schon quasi eingebaut war. Genau, weil sie das für ihr Pokémon-Ding, und die waren dafür bekannt, auch mit dem Poké-Walker und so, dass die immer irgendwas versuchen. Jetzt, die machen die ganze Zeit rückwärts Ding, so weißt du. Das heißt, bei Nintendo gibt es nicht so diese einheitliche, wir versuchen bei all unseren Spielen, dass es geil ist. Sie versuchen bei Mario und bei Zelda immer, dass es irgendwas geil ist. Also Zelda ist eigentlich, da gibt es verschiedene Geschmäcker, aber Zelda ist nie scheiße. Jetzt mal ehrlich. Aber bei der Jump ist es so, dass die halt für all ihre Reihen ein Tonus fahren. Das meine ich damit so. Wisst ihr, was ich meine? Also immer einen ähnlichen. Und ich würde sagen, die Naruto-Bleach-Dings, Naruto-Bleach-Ära, die ist mit My Hero Academia jetzt eigentlich geendet. So, keine Ahnung, das war so fast schon, das war dann schon neuer, aber das war schon noch sehr Naruto-esk. Weil es kam ja direkt danach, aber es hat sich schon noch sehr daran orientiert. Es hat schon nix mehr mit New Gen in dem Sinne, wie es jetzt ist, zu tun gehabt. Black Clover auch und es endet ja auch bald. Ja, stimmt, das vergesse ich immer. Ja, My Hero hat geendet, was ja auch irgendwie noch ne lange Zeit für viele so der Begleiter war. Also es ist, wie gesagt, ich bin aber gar nicht traurig darüber, weil vieles, was endet, bin ich auch einfach mal erleichtert, dass es endet. Ich mag gerade, was aktuell läuft, das haben wir schon am Anfang gesagt, mit Chainsaw Man und Dunder dann, ich bin echt sehr, sehr happy. Also ich finde, die Kreativität, die wird wieder belohnt, die Geduld wird belohnt und so. Und ich finde so die Jahre, wenn man so sagt, 2015 bis 2020, die war nicht unbedingt toll, was die Veränderung der Manga angeht. Und ich habe auch das Gefühl, dass mehr Leute jetzt aware sind, auch was das angeht. Natürlich gibt es den Mainstream, aber auch viele aus dem Mainstream finden ihren Weg dann in die etwas tiefgehendere Richtung. und die wird auch mehr. Also deswegen, keine Ahnung, vielleicht ist es nur so ein Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl, es wird einfach wieder, es ist so ein bisschen back to the roots, was Neues schaffen. Natürlich auf alten Pferden, aber trotzdem. Ich finde auch, wir sind allmählich in einer Zeit angekommen, wo man sich nicht mehr so sehr auf das Bewährte von damals stützt und versucht, neue Wege einzuschlagen. Auch einfach, weil man nur so lange dasselbe Konzept fahren kann, bis der Zeitgeist sich einfach ändert. Und ich finde, wir sind in einer Übergangsphase, was das betrifft. Ja. Glaubt ihr, der Mittelfinger auf der letzten JJK-Seite ist intentional gewesen? War der von Akutami intentional? So, ja? Kann nur sein, der ist witzig. Also ich meine, am Ende des Tages der Mensch lebt ja nicht im Wald. Also der wird ja mitgekriegt haben, wie Leute über seine Manga reden oder nicht. Also, jetzt mal ehrlich, also Mangaka benutzen ja auch Social Media. Guck mal, wir wissen das von, welche Mangaka war das? Die gesagt hat, sie geht auf die Soul Eater Con und dann hat einer geschrieben, Soul Eater ist mit. Nee, das war die Mangaka-Rin von Gachi Akuta, die war bei der Soul Eater Veranstaltung. Und sie hat das getwittert und hat einer geschrieben, Soul Eater ist mit und sie schreibt, Soul Eater ist, Gott, you go to work. Weil sie geschrieben hat, sie skippt work für Soul Eater Convention. Nee, Junge. Sie hat sogar, sie hat sogar ihr eigenes Werk verteidigt, weil der meinte, Gachi Akuta ist mit. Digga, ganz ehrlich. Weil, sie war ja, ähm, Assistentin. Ah, das wusste ich gar nicht. Ach so. Ja, das ergibt natürlich dann auch Sinn. Gachi Akuta sieht auch irgendwie voll aus wie Solita, so ein bisschen. Ich, ich hab mich mit Gachi Akuta noch gar nicht beschäftigt, seit wir es berechtigterweise in unserer Mangaka-Tele jetzt auf Trash gepackt haben. Was? Das war doch nur ein Joke von uns, Ja, ja. Das war, weil es im Bild spielt. Aber, ähm, ja. Ja, ja, was soll ich sagen? Machen wir eigentlich am Ende, äh, kurze Zwischenfrage, ne Soul Eater Folge? Äh, wir machen, ich hab schon überlegt, ob wir am Ende einfach unsere zwölf Talks zusammenschneiden und das hochladen, dann sparen wir uns nämlich Aufwand und kassieren nochmal ordentlich Klicks ab. So eine Bonus-Folge einfach da draus. Ja. Ja. Also als Zusatz-Folge, die dann, wir skippen keine Folge dafür. Okay, ja. ähm, was ich eigentlich jetzt, damit wir einfach mal in den direkten Vergleich gehen, weil wir haben jetzt über beides geredet, aber wir haben es eigentlich nicht miteinander verglichen so richtig, außer bei, bei Toriyama und Akutami kurz. Ähm, was ich mal einfach so prinzipiell in den Raum werfen wollte, Leute. Wenn ihr jetzt nur noch Shit lesen dürftet, der von 1960 bis 2000, 2005 erschienen ist, weil das ist, finde ich, ist schon eigentlich neu. Ich sag 1999, das ist fair, weil da, da ist die 2000-Wende dahinter, dann ist für mich, danach ist es schon nicht mehr old, da ist es schon mit Jen. So. Oder ihr dürft nur noch alles lesen, was ab 2018 rausgekommen ist. Was würdet ihr machen? Was ist mit dem Teil zwischen 1999 und 2000? Der steht nicht zur Debatte. Okay, weil da war Magi. Der ist weg. Das wäre wichtig. Der ist weg. Okay. Ich nehme den davor. Den darfst du immer lesen, den da in der Mitte ist. Perfekt. Der ist immer da. Okay. Ich nehme das davor. Boah, ich nehme auch das davor. Guck mal, du hast Batman, du hast Yu Yu Hakusho, du hast Berserk, du hast teilweise schon Vagabond. Fist of the North Star. Nee, oder? Du hast doch fast Vagabond. Hat es nicht 97? Kann so. Ja, vielleicht ein bisschen. Du hast Lambdung. Ja. Du hast Fist of the North Star, du hast die ersten Jojo Parts, du hast, ähm... 98 hat es gestartet. 98, ja, ein bisschen. Ein bisschen, immerhin. Ist doch nett. Ey, ich finde, du hast wirklich sehr viel Peak in der Zeit. Und vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, lass noch mal, habt ihr schon über die aktuelle Anime Season geredet und was ihr da so schaut? Weil du hast ja jetzt dein Anime Arc begonnen, Uru. Habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesagt, was jetzt gerade auf der Watchlist ist, oder? So aktuell? Nein, doch. Bei mir ist es Blue Box auf der Watchlist. Stimmt. Das meintest du? Ich habe ja den Manga, da bin ich ja aktuell. Also ich finde es, warum auch immer. Aber es ist ein guter Manga. Ist okay. Ranma ist auf der Watchlist gerade, weil ich finde, Ranma ist ein, das wollte ich auch noch sagen, ist ein so guter Manga, immer noch. Ich lese den und ich denke, die ganze Zeit, Bro, der hat 400 Kapitel. Ich bin der Kapitel 170 oder so. Dieser Manga wird nicht langweilig. Ich denke mir, eigentlich ist jedes Kapitel die gleiche Formel. Es ist irgendeine lustige Sidequest und dann wird irgendjemand verwandelt. Dann kommt ein Fun, ein Kampf. Ja, dann kommt ein Kampf, dann wird irgendeiner so Team Rocket-mäßig in die Luft geschleudert. Dann ist irgendjemand neu so in irgendeine Quelle gefallen. Aber ich schwöre, es wird nicht langweilig. Also vielleicht ist es einfach mein Humor, es klickt bei mir. Pokémon ohne Pokémon einfach. Ich warte die ganze Zeit, dass es langweilig wird. Also vielleicht passiert es noch, aber ich hoffe einfach nicht. Ich muss auch sagen, zeichnungstechnisch ist der Ranma-Manga jetzt nicht schlecht, aber man sieht, dass er älter ist. Und ich finde, dieser Anime, der bietet, der jetzt der neue, ich glaube, jetzt kommt die dritte Folge schon raus, ich finde, bietet Leuten, die dieses Werk nie geschaut haben, so eine gute Einführung in das Ganze, weil die Sprache und die Sunkro wurde so ein bisschen übernommen aus diesem alterlichen Stil. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Dundadan-Texte da reingehauen wurden mit dem Stil, sondern du merkst, die Lingu passt sich immer noch an die Veröffentlichung des Werks an. Und ich finde, du schaust den alten Anime, aber mit einer neuen Animation, das ist peak. Das sollten die machen, immer, bei jedem Werk. Aber ich sage auch wirklich, teilweise finde ich es geil, weil teilweise, sie haben geguckt, dass sie nicht so cringe wie in den My Hero Academia Untertiteln teilweise das versuchen zu machen, aber sie haben schon teilweise auch Sachen neuer gemacht, dass ich damals nicht gesagt habe, Junge, in der zweiten Folge, ich habe mich so weggepisst, da sitzt dran mal so auf dem Baum und ist in seiner Mädchenform und will halt nicht, dass der Dings ihn entdeckt, Kuno oder wie er heißt. Ja, ja, und der kommt dann aber trotzdem. Und dann kommt Akane und sagt so, was machst du da oben, du Honk? Und ich sage einfach Honk, sie hält ihn Honk, das hätte sie damals nie gemacht, aber es ist halt nicht so übertrieben, es ist einfach legit angepasst. Also es ist eine coole Sache. Es ist wie Pingpong. Pingpong, drei Beine abgeschlossen hat, elf Folgen, hast du ja auch schon gesehen. Hammer geil. Also finde ich auch einer der Anime mit dem größten Re-Watch-Value, weil du im Pingpong dich bei jedem Watch eigentlich auf einen Charakter fokussieren kannst. Es kommen nämlich so viele coole Charaktere in diesen kurzen elf Folgen vor, dass du denken kannst, so jetzt mache ich meinen Fokus mehr auf den und achte genau, was seine, seine Sachen sind. Ich finde das richtig krass. Ich finde Pingpong legit bei Anime, bei Anime-Chillist auf Value-mäßig ganz oben. Top 10. Ja, und sie haben diesen 1990er Manga genommen, haben den in Anime-Form und sie haben die Essenz komplett gleich gelassen, haben aber, wie Lazar vorhin schon gesagt hat, auch bei Conan, sie haben ein paar Twists reingehauen, die das Werk nicht verändern, gar nicht, aber die neuzählig machen. Zum Beispiel, dass du auf einmal Leute twittern oder dass du so Smartphone-Nachrichten eingeblendet kriegst und so, das ist ja im Manga logischerweise nicht so. Aber du hast gar nicht das Gefühl, das wirkt irgendwie off oder so. wir hatten im Discord tatsächlich die Diskussion letztens, also ich habe sie mitgelesen, ich habe sie nicht geführt, sondern in unserem Discord wurde die geführt, da hat einer gesagt, dass er kein Fan ist von Anime-Remakes in general und dass er jetzt nicht findet, dass Ranma ein Remake gebraucht hätte, sondern hätte lieber was ganz Neues gehabt und so. Und ich denke mir, sehe ich gar nicht. Ich finde Anime sind so die Sachen, die auf jeden Fall Remakes brauchen. Es ging, glaube ich, es ging um das One-Piece-Remake, also dass dieser Fischmenschen-Ark jetzt geremakt wird, was ich insofern scheiße finde, dass ich den Fischmenschen-Ark einfach scheiße finde. Ich dachte ganz, One-Piece wird geremakt, warum nur der Ark? Ja, nee, nee, also Fischmenschen-Ark wird von Toei geremakt und parallel läuft noch der neue, ihr wisst schon, so. Aber ich denke mir, ich würde alles geben für eine geile neue Dragon-Ball-Animation. Ja, das wäre so krank. Von Mappa. Da kannst du doch nicht sagen, oh, das gab doch schon Dragon-Ball-Set. Es ist schon so, Animes sind bei weitem nicht so zeitlos, wie es Manga sein können. Der Stand der Technik ändert sich, neue Animationstechniken entstehen, alte Animes, alte Herangehensweisen altern nicht so gut. Der Standard ändert sich. Das ist halt bei Mangas oft anders. Das siehst du auch wieder daran? Sorry, Lassar. Wollte nur sagen, weil da bleibt die Technik dieselbe. Also mit Ausnahme, dass man vielleicht digital zeichnet, aber selbst die, die auf Papier zeichnen, du hast halt einen Stift und ein Papier und bringst es da drauf. Du hast nur diese Utensilien. Richtig. Und im Anime-Bereich, das wandelt sich ja konstant, sei es 2D-Animation, sei es CGI, sei es was weiß ich alles, was es mittlerweile noch gibt und kommen wird, KI, das ist ja fast gar nicht möglich, dass ein Anime dem Zahn der Zeit standhält, außer er hat irgendeine Besonderheit, zum Beispiel sehr kreativ. Wie Ping-Pong. Ping-Pong ist so animiert, dass es für immer standhalten wird. Zum Beispiel. Wenn jetzt irgendwas so einen Stil hat, nehmen wir mal beispielsweise Wind Waker, also jetzt in Games, so Cell Shading ist zum Beispiel so eine Grafik, die wird immer funktionieren, auch in 20 Jahren noch. Oder Pixel-Grafik von SNS, die wird auch in 30 Jahren noch cool aussehen. Das sieht sie ja jetzt auch, aber in 30 Jahren noch mal so, weißt du? Aber, parallel dazu, das neueste, krasseste PS4-Game sieht jetzt schon wieder irgendwie mit aus. Richtig. Im Vergleich zu PS5-Games. Deswegen, guck mal, es gibt ja mittlerweile Remakes von PS4-Games für PS5. Bro, da sind ja nicht mal sechs Jahre zwischen teilweise, weißt du, wo du dir denkst, Damn. Last of Us. Damn, zu Last of Us, bestes Beispiel. Und ich meine, das ist eine Money-Making-Machine, das ist klar, so weißt du? Das macht man aus dem Grund. Das stimmt schon, Manga ist, weil du gesagt hast, man sieht bei Ranma, dass es älter ist, aber ich finde, Ranma zum Beispiel ist tadellos gezeichnet. Takahashi ist eine krasse Zeichnerin, also die hat sich auch nie verbessert oder so. Safe, safe. Die liefert krass ab, der Lesefluss ist geil, die Dynamiken sind geil, aber die haben theoretisch, wie der Sascha schon sagt, alle die ganze Zeit eigentlich nur ein Stift und ein Papier. Klar, inzwischen zeichnen viele digital oder du hast jemanden wie einen Asano, der es so auf dem Level hebt oder wie bei Guns, dass er mit der Unreal Engine seine Hintergründe bastelt. Na gut, das ist ein unfairer Vorteil, sage ich jetzt mal, des Tages, es hätte dich nichts aufgehalten, vor 30 Jahren Dandel anzuzeichnen. Theoretisch, wenn es in deinem Kopf gewesen wäre und in deinen Fähigkeiten. Und ich meine, der Zeichenstil, der muss nicht jedermanns Geschmack sein, aber was immer Fakt ist, dass es wie bei Mode ist, es ist sehr geschmacksvoll und es ist dadurch zeitlos, dass es für die Epoche halt ihren eigenen Stellungsmerkmal hat. Das finde ich, ist bei Animation gar nicht so das stilistische Mittel. Du willst bei Animation eigentlich jetzt gerade in diesem Moment es den Leuten irgendwie verkaufen, dass es schön aussieht. Und bei dem Zeichenstil, da hast du ja wirklich Menschen mit einem Hand und mit Kunst dahinter und da schaffst du ja wirklich Zeitlosigkeit, was auch immer noch in 100 Jahren ein Stilmittel ist. Und ich finde, das ist das Interessante. Deswegen ist diese Manga-Anime-Thematik für mich immer dadurch begründet, dass das Manga das bessere Medium ist, weil es zeitloser ist. Weil es einfach zeitloser ist. Bücher sind zeitlos, Bro. Bücher sind zeitlos, natürlich. Die Bibel, was ist das? Wie lange gibt es das Ding schon? Geiler Buch. Mindestens ein paar Jahre. Das Märchenbuch, ja. Sorry. Okay, Digga, also das distanziere ich mich von. Lazar, wolltest du noch irgendwas sagen, bevor wir immer in die Fragen reingehen? Ach, wir gehen in die Fragen rein? Wir können auch noch weiterreden, aber ich glaube... ich glaube, weißt du was? Das passt. Können ja bei Gegenlegenheit wieder dieses Thema aufgreifen. Kannst du kurz irgendeinen New-Gen fragen? Ich meine, das Ding ist, umso länger wir den Podcast machen, umso mehr Gens werden wir ja auch so abklappern. Ich meine, wo der Podcast losging, da... Was war da aktuell, oh, vor anderthalb Jahren? Unsere allererste Folge Weepster war über Chainsaw Man, da wurde gerade der Anime angekündigt. Da wurde gerade announced, so. Und jetzt sind wir bei Chainsaw Man schon mal auch bei Chapter irgendwie 170, ne? Das ist schon... Wir sind jetzt schon aufs Ende von Part 2, 2. Auf Part 2, Ende Part 2, ja. Ich bin schon gespannt. Aber der Anime, da merke ich erst mal, wie langsam dieser Anime vorangeht. Das ist ja schon wieder insane. Ich find's frech. Ich find's richtig frech, Digga. Bevor Mappa sich... Mappa hat doch jetzt schon wieder irgendein neues Projekt angenommen für nächstes Jahr. Ich denk mir so, Digga, juckt noch irgendjemand hier langsam mal diesen Film von Reese? Wann kommt denn mal die zweite Staffel? Ihr tut wirklich Chainsaw Man nur Schlechtes damit, dass ihr diesen Anime nicht weiter rausbringt? Bei Dunder, dann ist ja jetzt Kurt 1, 12 Folgen, Kurt 2 kommt direkt in der ersten Hälfte nächstes Jahr. Warum war's bei Chainsaw Man nicht der Fall, Digga? Das ist echt ne gute Frage. Das ist wirklich scheiße. Egal. Wollen wir nicht die Vereintigen? Frage für nächstes Mal. Fragen. Joa. Eine geht direkt an mich. Mein Hass-Ranking 1 bis 3. Affen, Pferde und warmes Bier. Ich find Pferde auf die 1. Dann Affen und dann warmes Bier. Voll fand ich wichtig, das zu beantworten. Also ich weiß nicht, was du mit dieser Info anfangen willst, Bro. Hier, diese eine Frage find ich übrigens komplett... Ich weiß nicht, die werden wir alle gleich, glaub ich, gleich verantworten. Und zwar, welche Sache würdet ihr am liebsten haben wollen? Dragonballs, eine Teufelsfrucht eurer Wahl, ein Stand und welche Fähigkeit hättet ihr er? Nennen. Zweimal Dual Disc von Yu-Gi-Oh, die auch funktioniert. Ein Pokémon eurer Wahl, ein Ding eurer Wahl. Brauch ich nämlich Dragonballs und dann suche ich mir einfach irgendwann aus, was ich davon habe. Das ist ja gar nicht... Oder muss ich die Namekianische Formel kennen und kenne sie nicht, weil ich sie aus dem Manga nicht kenne? Dann bringen mir die Dragonballs nix. Aber das sind ja die erdischen Dragonballs, also kenne ich die Formel theoretisch. Ich würde ungern meine Fähigkeit zu schwimmen verlieren. Also wenn ich nicht die Dragonballs nehmen dürfte, weil ich finde das dumm, dass du die drauf gemacht hast, weil die erfüllen einfach jeden Wunsch, damit kann ich das andere alles auch haben, dann würde ich ein Pokémon nehmen, weil ich wollte schon immer ein Pokémon. Ich würde vielleicht einen Stand nehmen. Stand ist interessant, aber weißt du, dass das Risiko extrem hoch ist, Lazar, dass das richtig Scheiße enden kann? Ja, du könntest einen richtigen Scheiß oder du wirst von diesem Fall gescheitst. Du bekommst einfach, du bekommst irgendeinen Stand. Der wird ja eh an deinem Charakter. Hier steht ein Stand und welche Fähigkeit hätte er. Also kann ich mir auch so sagen. Ah, okay, okay, gut. Ja, dann nimmst du The World oder nicht? Nein, ich nehme nicht The World. Welche dann, Bro? Boah, gute Frage. Was nehme ich denn da? Boah, ich würde The World nehmen. Möchtest du den Gedanken ausführen? Was würdest du denn in diesen paar Sekunden machen? Ich würde dich nehmen, dann würde ich dich die Treppe hochtragen oder würdest du denken, wie bin ich hier hochgekommen? Nett. Ja. Boah, ich schließe mich eh wo an. Ey, jetzt mal ehrlich, ist The World nicht der beste Stand, Digga? Also um ihn zu nehmen, in echten Leben, um ihn zu benutzen? Boah, ich muss ehrlich sagen, ich mag Jorno's Stand extrem gern. Ey, das Problem ist, das ist nämlich auch noch eine Kritik, die ich hatte. Was ist mit Harvest? Part 5. Das muss ich euch jetzt mal fragen. Das ist auch eine Kritik, die ich am Part 5 hatte. Ich habe Jorno's Stand nicht verstanden, Digga. Ich habe das Gefühl, der hat einfach immer gemacht, was man gerade gebraucht hat in der Situation. Was kann dieser Stand? Bro, das wird sich später auch Loki nicht ändern. Aha. Und Jolins Stand, Jolins ist doch einfach nur, dass sie so Fadenzeug machen kann. Ja, Spiderman. Sie ist Spiderman quasi. Okay. Ist auch ein cooler Stand eigentlich. Aber ist halt schon im Vergleich zu anderen ein bisschen langweilig. Ich finde, wir sollten alle ein Pokémon haben und dann sollten wir uns öfter mal mit einem Pokémon battlen. Ich fände das richtig doof. Welches Pokémon würdet ihr nehmen? Also jetzt, ihr müsst aber realistisch denken, okay, es wird euch nicht weggenommen, ihr werdet nicht beschattet oder so, aber wir sind immer noch in unserer Welt. Das heißt, es muss ein Pokémon sein. Ihr könnt jetzt nicht mit einem Garados chillen in eurer Wohnung. Es muss ja logisch sein. Es muss in den Alltag einintegrierbar sein wie ein Haus hier und dann ist eigentlich Evoli die einzige Wahl. Ich nehme Emolga. Da habe ich ein Flughörnchen und das Mann lädt mein Handy auf. Hä? Den denkst du wieder über Geistlung nach. Ja, okay, nämlich Seba und steck meinen Schwanz rein. Nein, ich wollte sagen, ich nehme Flug-Pokémon, weil ich will fliegen können. Based, aber ich stelle mir halt vor, dass so ein Taubhaus würde mich eh nicht tragen können, deswegen ist es nur 1,30 groß, aber keine Ahnung. Ich würde halt runterfallen, glaube ich. Aber ich sage, ich glaube, ich nehme das mit Evoli nämlich weg, weil das ist Basic. Das nächste, was ich sage, ist auch sehr Basic, aber ich glaube, das wäre einfach ein cooles Pokémon und ist so Haustier-mäßig und ich feiere das Pokémon einfach schon immer, es ist Akani. Aber ich würde es mir als Fukano holen und dann könnte ich es nie entwickeln, weil ich keinen Feuerstein in unserer Welt habe. Und dann brennt die nicht deine Wohnung ab. Echt so. Nein, das macht es ja nur, wenn ich ihm sage, Glut. Weil ein Hund auch so, vor allem ein junger, so Astral, wo man alles hört. Okay, dann nehme ich ihn Aquana. Gut. Nein, ich nehme ein Turnupto. Wegen der neuen Pokémon-Leaks. Okay, Turnupto und Hyplo, das ist mein Team. Du hast gerade die Herausforderung, ein problematisches Pokémon nach dem anderen zu sagen. Alter, ich habe es einfach geschafft, nach Aquana Turnupto zu sagen. Ist unfassbar. Danke, die Leaks. Unfassbar. Ey. Okay, also nehmen wir, also habt ihr jetzt, ihr habt jetzt immer noch nicht beantwortet, ob ihr ein Stand oder ein Pokémon wollt. Ich nehme Pokémon, ich sage es wie süß. Ich bin Pokémon. Okay, Laza. Stand. Echt jetzt, krass. Du hast also keine, ah, du könntest auch ein Digimon nehmen, stelle ich hier. Bro, was soll ich mit, was soll ich mit Wargreymon in meiner Wohnung machen? Switch spielt. Das weiß ich, Bro. Digga, was ist denn das, was sind das mit diesen Affen? Hast Uro immer noch Affen? Warum soll ich damit aufgehört haben? Weiß ich nicht, vielleicht weil du einsiehst, dass Affen cool sind. Nein, Junge. Meinung zu den Manga-Karl-Lizenzen. Ah ja, die haben Rainbow geholt. Das finde ich stark. Yes, 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 yes. Dann finde ich die neueste Lizenz, also die letzte, die sie angekündigt haben, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, irgendwas mit Biblio, irgendwie, die sah cool aus, das war so ein Einzelband, sah geil aus. Kuro Doro Basket ist auch cool, dass wir es jetzt in Deutschland haben. Ich werde es nicht holen, weil, reicht auch mal. Aber, coole Lizenzen auf jeden Fall, ja. Warte, warte, warte. Oh, wie fandest du Golden Wind? Habe ich schon gesagt, ich fand das Setting cool, ich mochte den Stil, ich mochte die Kämpfe, also das war der erste Arc, wo es bei mir dann, oder das erste Mal, wo es bei mir bei Jodos geklickt hat, wo ich verstanden habe, warum es geil ist, aber ich halte gar nichts von Jono, ich finde wirklich, der wurde verbrannt. Ich mag aber den Sidecast um ihn rum sehr gerne, Naranja mochte ich voll gerne Dings. Mister? Ja, Mister sowieso, super geil. Ich mochte auch Trish, also ich weiß, nicht, ah und, ich weiß, das werdet ihr nicht fühlen, weil ich weiß, Lazar ist Fan von dem, aber ich fand den Antagonisten irgendwie scheiße, Digga. Von, von Part 5. Ich finde den auch scheiße. Achso, aber du hast gesagt, Lazar ist Part vom Antagonisten in Part 6. Aber du hast, aber du hast, nee, aber Lazar, du hast mir doch gesagt, Doppio ist geil. Ja, Doppio ist geil. Doppio, Digga, das war doch ultra funny, Digga, er ist ultra schief so geil. der war ultra funny, ich finde ja Diabolos fan. Ich fand, ja Diabolos, aber die hängen ja irgendwie zusammen, also irgendwie auch nicht, aber Doppio ist ja, das Einzige, was ich halt lustig fand, war, dass er immer so getan hat, als ob das Telefon klingelt. Und dann, das war witzig. Digga, ich fand's ultra witzig. Der Joke war halt auch irgendwie, irgendwann hat er nicht mehr gezogen. Ich sag's, wie es ist, bis jetzt Part 6 gefällt mir mit Abstand am besten. Du wirst den Antirondis noch auch viel cooler finden. Ich find den echt geil. Das ist einer meiner Lieblings-Joseph-Antirondis. vor allem, sorry, ich spoil jetzt ein bisschen Part 6, Leute. Ich find's auch cool, dass, dass, dass wieder sie sich irgendwie auf Dio beziehen und er wieder theoretisch eine Rolle spielt, indem dieser Priester ja versucht, ihn wiederzubeleben, so weißt du, also das ist, bin schon, bin schon sehr gespannt. Wusstest du, dass Pucci und Dio satt hatten? Nein. Warum? Weiß man das schon? Erfahre ich das noch oder ist das Kanon? Also es wird sehr stark impliziert. Okay, wir sagen uns jetzt Dinge, die wir nicht wissen wollten. Wusstest du, dass in den Leaks zu Pokémon XY rausgekommen ist, dass es ein Mew 3 geben sollte und das war nicht Mega Mew 2? Irgendwie bin ich froh, dass das nicht passiert ist. Ja, aber ich bin auch tatsächlich von den Mega Mew 2 nicht begeistert. Ich find, die sehen scheiße aus. Ey, ich bin aber jetzt so hyped auf Gen 10 geworden, ne? Dadurch. Oh ja, es ist ziemlich sicher, also von den Leaks her ist es eigentlich relativ offensichtlich, dass es Griechenland sein wird. Echt? Cool. Ja, weil es wird so Inselhopping geben und es ist so, also es ist, also es ist, und es heißt, es heißt Terra Leaks, es gibt Atlantis Shit, also es wird sehr wahrscheinlich Griechenland sein. Einfach ein Kratos als Pokémon Trainer. Alter, vielleicht krieg ich endlich ein Schafskäse-Pokémon, das wäre so cool, weil ich liebe ja Schafskäse. Schafskäse-Pokémon? Digga, aber Oliven haben sie ja schon mit dem letzten gehabt in Spanien. Ja, aber sie könnten, sie könnten eine Regional-Variante machen. Eine Regional-Oliven-Variante, so eine braune oder so, eine schwarze. Ja, man. Die schwarze Oliven. Was sind deine, voll geil. Ja, was ist das hier? Scheiße. Also eure Fragen sind nicht weg. Ich denke die ganze Zeit über dieses Crash-Love-Ranking nach, aber es ist echt schwer für mich. Ja, Dragon Ball, Twice oder Peak Member. Peak Member sowieso nicht. Ja, Dragon Ball oder Twice, Lassau. Das ist echt schwer. Ey, ich finde das wirklich krank, dass du überhaupt überlegst, ob Twice mit Dragon Ball konkurrieren kann. Junge, Twice kennst du seit einem oder zwei Jahren, Bro. Du verstehst es nicht. Dragon Ball ist dein Leben gewesen. Wie kannst du so einen Hokus in den Rücken fallen? Du bist so, Digga, du verrätst Son Goku für die koreanische K-Pop-Vagina. Das feier ich nicht. Schau mal, Kevin. Wenn Dani und ich in einem Vulkan uns gerade so festhalten und du kannst nur einen von uns beiden retten. Wen wählst du? Ja, also. Dani. Ja. Siehst du, ich habe den gleichen Struggle. Ja, dann weißt du doch, was das Preis ist. Aber da ist jemand ja wirklich deine physische Frau. Ja. Du checkst es nicht. Er glaubt immer noch. Er redet sich das ein, Bro. Er manifestiert das richtig. Irgendwann erst mit Sana zusammen oder so. Crazy. Okay. Aber du musst es jetzt beantworten, bitte. Ich überlege noch. Mach du kurz. Okay. Ranked. Der Peak-Podcast ist zusammengezogen in eine WG. Auf Bitten des Vermieters müsst ihr nun einen neuen Mitbewohner einziehen lassen. Ranked, wie entspannt euer Leben nun sein wird. Erste, was wir haben, ist Power. Nein. Unentspannt. 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 Ich sage Power auf die Power auf die vier, weil ich glaube, es kommt noch was. Na, auf die drei, weil ich glaube, da kommt noch größerer Scheiß. Sag auch drei. Drei? Seid ihr cool damit? Ja. Als nächstes, Raius Grammarie, wer ist das? Oh, die kann... Oh. Je nach Intention, eins oder fünf. Ach, Highschool Didi. Boah. Ja, was müsst ihr wissen. Also, ich habe nur die erste Folge geschaut irgendwann mal. Ja, die hätte ich tatsächlich sehr gerne. Die hätte ich sehr gerne dabei. Kannst du den Gedanken raushören? Ja, ich hätte die gerne bei mir. Ja, aber willst du sie wirklich auf die Eins packen oder willst du sie hinpacken? Wenn Power auf der drei ist. Auf die zwei, vielleicht gibt es ja noch mehr. Okay. Soma Yukihira. Eins. 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 Food Wars. Ja, die kann kochen. Aber wie? Ja, das wäre geil. Weißt du ja auch. Nein, jetzt... Wieso die? Ja. Aber das ist ein R? Das ist der gute Grunde. Das ist ein Tomboy. Na gut. Kenne ich nicht. Ja. Nee, also das ist bis jetzt der Entspannung. Doch. Finde ich auch. Also, ich würde eigentlich keine Frau reinnehmen. Zu dritt in einer WG mit einer Frau chillen. Das ist scheiße. Da gibt es immer irgendwie... Da gibt es irgendwann Probleme. Also, ich sage... Lass den mal auf die Eins packen. Der wäre echt für den Kochen am geilsten. Als nächstes kommt... Ich kenne diesen Charakter nicht mehr. St. Carlos aus One Piece. Das ist dieser Tenjubito mit der Blase. Boah, der muss aber auf die Fünfte. Ja, ich scheiße richtig krass auf diesen Wichser. Gintoki wäre der Letzte gewesen. Fuck, man. Ja, gut. Dann packen wir Gintoki auf die Drei. Aber Gintoki kann nicht kochen. Nee, der kommt dann auf die... Der muss auf die Vier, Digger. Der muss unter Power. Und ich glaube, der wäre ein besserer mitbewohnern. Boah, ich glaube, aber mit Gintoki hätte man den meisten Spaß als WG-Member. Fuck. So, Gintoki, das bin literally ich. Also, ihr müsst euch mich vorstellen, mit mir zu wohnen. Ja, aber wir haben dich ja schon mal. Ja. Okay. Okay. Ja. Leute, jetzt noch eine Erfehlung der Woche. Würde ich sagen, ballern wir raus. Und ich sage, by the way, Dragon Ball, weil es mich länger begleitet hat. Aber das kann sich ändern in den nächsten Jahren. Based. Na, sag, wie ist die Sparking Zero da? Das wäre meine Empfehlung der Woche. Tatsächlich. Ja? Es ist ein Game, das es macht. Kommt drauf an, was du möchtest. Wenn du Story spielen willst, lass die Finger davon. Die juckt null. Es ist ein cooler... Also, wenn du Anime-Battle-Arena-Games magst, besser als das, gibt's kaum. Fällt mir nicht wirklich eins ein. Es macht sehr viel Spaß, online mit anderen Leuten zu zocken. Das ist witzig, vor allem, wenn man Dragon Ball mag. So, die Kämpfe sind flashy, schnell. Die Meta ist ätzend. Richtig ätzend zurzeit. Aber... Gibt's da wirklich overpowerte Charaktere, wo du sagst, gegen den kämpfe ich nicht? Naja, ich schlag mich irgendwie durch, aber ich wünschte, ein paar Charaktere wären nicht so nervig, wie sie nervig sind. Aber nichtsdestotrotz, es macht auf jeden Fall... Es ist halt so ein Community-Ding. Man hat halt Spaß mit seinen Freunden, sich ein bisschen zu trash-talken. Und es ist halt geil, mal wieder so in dieses Tenka-Ichi-Feeling zu gehen. Wer Spaß gehört hat. Und es ist einfach gut in dem, was es da macht. Für den Rest ist es nichts. Ist jetzt auch kein... Ich finde kein... Aus einer Competitive-Fighting-Game-Perspektive ist es auch nichts, finde ich. Da gibt's wesentlich bessere Alternativen. Aber so rein vom Fun-Faktor und als Community-Ding und als Dragon Ball Game ist es eigentlich ganz cool. Alright. Ich empfehle... ...euch Metaphor ReFantasio. Das ist jetzt rausgekommen letzte Woche. Das ist das neue JRPG, der Persona-Macher-Atlas. Also alles gleich. Charakter-Designer gleich. Storywriter gleich. Soundtrack gleich. Und basically, wenn ihr es spielt, es ist Persona 6. Nur nicht in einem Schul-Setting, sondern im Fantasy-Setting. Also es ist... Guckt Reviews an. Es ist literally Persona 6. Alles ist gleich. Also sieht das cool aus. Shin Megami Tensei quasi. Ja, nee, nicht weil... Das sieht ultra cool aus, dieser Art-Style, Digga. Es ist mega, mega geil. Also es ist wirklich eher... Ja, aber was bei Shin Megami Tensei mir immer so gefehlt hat, war der Fokus auf die Charaktere. Das war... Da war eher so... Die Charaktere waren so... Im Vergleich zu Persona ein bisschen im Hintergrund und das ging eher so ums... Ums System mit den Monstern und Leveln und das ganze Grinding. Hier ist es so, dass die Charaktere schon sehr stark im Vordergrund stehen und die Story. Es ist wirklich... Guckt Reviews an. Ich hab's jetzt auch... Ich hab's erst sechs Stunden gespielt. Es ist aber... Es ist literally Persona 6. Ich weiß nicht, warum es nicht so heißt, weil dann wird's sich wahrscheinlich doch krasser verkaufen. Es ist einfach Persona 6. Krass. Es ist so. So, also... Das hat mir... Das hast du mir grad schmackhaft gemacht, weil ich liebe Persona 5. Ey, zieh dir das rein. Es ist auch genauso lang. Also es hat, wenn du's kompeten willst, wahrscheinlich 130 Stunden oder so. Es ist... Es ist das. Du hast auch dieses... Du hast sogar dieses, äh... Du musst die nächste Mission bis zu dem und den Tag schaffen, sonst bist du Game Over. In der Zeit hast du Freizeitaktivitäten und die leveln deine Weisheit oder deine Tugend oder so. Und dann kannst du... Das ist das gleiche Spiel, Bro. Kann man geile Girls daten? Und es ist quasi von den gleichen Machern, die Persona gemacht haben. Es ist... Es ist... Ja, es ist auch von Atlas. Es ist genau das gleiche Team dahinter. Okay. Und kann man geile Girls daten? Es gibt Waifus, es gibt geile Girls, aber... Und das ist einer der großen Unterschiede zu Persona. Du hast eine vorgefertigte Love Story da drin. Die kannst du annehmen oder nicht. Aber du kannst nicht mehrere verschiedene dir aussuchen. Okay. Wenn einem Romancing wichtig ist, ist das so. Ich mag's auch immer sehr gerne, aber ich find's tatsächlich eigentlich fast schon cooler, wenn ich eine klare Romance in einem Spiel hab, weil dann ist die Story meistens organischer drumherum aufgebaut. Ja. Ja. Das kann organischer sein, das stimmt. Das ist interessant. Ja, das wäre meine Empfehlung. Nik, was wäre deine? Boah, ich empfehle Super Mario Party Jamboree. Ah, geil. Hab ich gesehen in deiner Story, dass du das gerade gezockt hast. Ich hab ja, ja, das ist das dritte Mario Party Spiel für die Switch und ich hab die vorher für die Wii und für die Wii U echt nicht so gefeiert. So eins für die Wii war okay, aber ab dem Moment, wo man dann im Bausack hat, zu dritt saß, zu fehlt, war absolut scheiße so. Und dann kamen die Switch, ja, waren okay, aber irgendwie hat so ein bisschen noch der Charme gefehlt. Und in Jamboree ist es so geil, dass du ja wirklich, also online ist besser funktioniert, als bei den anderen Malen. Und die Maps wesentlich charaktervoller sind und cooler, es super nice Items dazugekommen sind, die das Spiel interessanter machen. Und du hast einen Modus, der so ein bisschen auf so ein Battle Royale raufkommt. Also du kannst mit 20 anderen Leuten so ein Rundenrennen machen mit so kleinen Minigames. Ich weiß nicht, wie abwechslungsreich das auf Dauer ist, weil es noch nicht so viele Games dafür gibt, aber die haben gesagt, dass sie jetzt mit der Zeit und die wöchentlich auch noch Updates rausbringen wollen. Und ich finde, wenn sie an Jamboree arbeiten, das immer größer zu machen und so, dann ist alles nice. Ansonsten ist natürlich immer noch Nintendo, das heißt, schlechte Online-Dienste, Crashes, Verbindungsprobleme, das gehört dazu. Aber du kannst viel mehr personalifizieren, du kriegst im Singleplayer-Modus, den du auch hast, der auch Spaß macht, kriegst du Ausstellungsstücke, Möbelstücke, die du dann quasi deiner Hub mitgestalten kannst, so ein bisschen individueller gestalten kannst. Und du hast so eine kleine Party-Karte, die kannst du mit Leuten tauschen, das ist so ein bisschen wie bei Monster Hunter, so eine Jäger-Gildenkarte. Und die kannst du auch so mit Stickern bekleben, so wie du es halt haben willst. Deswegen, es ist auf jeden Fall charmanter und es macht sehr viel Spaß, macht mich sehr süchtig. Cool. Gut, dann könnt ihr jetzt abschalten, die Folge positiv bewerten, die Stars nicht vergessen, auf Spotify vom Sterne lassen und wir reden jetzt noch über Solidar Massiv Band 3, den ihr hoffentlich gelesen habt, bis Kapitel 27. Leute, wieso hat Klazai mir gesagt, ich soll bis Band 4 lesen? Ich hab auch schon bis Band 4 gelesen. Ist ja gut, wenn wir es gemacht haben. Außer ich hab mich verschrieben, ich hab massiv Band 3 gesagt. Aber dann musst du bis nächste Woche nicht sagen. Ja, ist doch schön. Ich hab auch Luft, ich hab extra weiter gelesen. Leute, ja, wir haben die letzten zwei Male nur Laza und ich das beredet. Nik, möchtest du sagen, was war hier dein Empfinden bezüglich der Story? Hauptsächlich geht's ja drum, dass wir Medusa wieder, also die hat, oh, die hat überlebt. Wer hätte damit gerechnet, dass der weibliche Orochimaru überlebt hat, indem es in ein Kind gekrochen ist. Also ganz allgemein zu Solita will ich einmal kurz sagen, ich finde, es ist wieder ein perfekter Zeitraum zum Lesen. Ich finde, es ist ein sehr geiler Halloween-Manga. Das tatsächlich war. Ich war da wirklich in der Zeit, Solita zu lesen. Doro könnte jetzt auch nochmal geil kommen. Ja, safe call, Alter. Ich bin gespannt, wo du ihn bei deiner Manga-Liste reingepackt hast. Boah, da hab ich auch ein paar Fragen eigentlich noch. Ja, bin ich sehr gespannt. War kommt das? Samstag? Ne, das kommt. Gleich. Gleich kommt's. Okay, bin ich gespannt. Aber Solita Talk, ich hab ja, ja. Sorry, ich wollte nur sagen, Kevin, du kannst nachher mit ein paar Sprachnotizen rechnen, die wahrscheinlich sauer sind. Chill mal, Junge. Magi ist drin. Es ist eine Momentaufnahme. Es ist eine Momentaufnahme. Momentaufnahme. Kann ich auch nichts für das Ranma über Magi ist. Nein, Wäre ich nicht mal sauer. Ist aber nicht so. Ja. Soweit erstmal mein kleines Zwischenfazit ist, ich finde Solita sehr geil. Ich war ja auch in der Ausstellung und so und ich hab da noch nicht alles gecheckt, weil ich bei Solita ja auch auf dem Stand bin, wo ihr seid, aber ich mag Death the Kid. Ich mag die Waffen, wie sie eingesetzt werden. Ich finde die Verbindung zwischen denen interessant. Gleichzeitig hab ich das Gefühl, man hat bei diesen Waffen öfter mal die Möglichkeit, einfach mal einen Fanservice reinzudrücken, weil es ja keine Menschen sind, sondern Waffen. Und generell, es erinnert mich sehr stark an, so vom Inhalt her an so einen Schonen, der ja relativ so in dem Stil der 2000er-Schonen geschrieben ist, was er ja auch ist, wo ich im Nachhinein nicht immer so der größte Fan von bin, aber es ist halt auch so ein bisschen der Zeitgeist. Ich find's aber trotzdem sehr nice. Also, mir machen die Kämpfe sehr Spaß. Ich mag, dass es mal Stellen gibt, wo viel Text ist, wo viel erklärt wird und dann mal wieder ein bisschen lockerer das Paneling abgeht. So viel dazu. Jetzt zu diesem Band an sich. Also für mich die größte Sache ist eigentlich, die ich da hier so beachtet hab, mit Steinen stimmt ja offensichtlich, was nicht, seit er da gebissen wurde von Medusa. Und ich geh mal davon aus, dass das uns noch auf die Füße fallen wird und dass das noch richtig abfacken wird, was wirklich nervt, weil er ist mein Lieblingscharakter, glaube ich, würde ich sagen. Er ist schon bald oben. Das ist eigentlich eine der wenigen guten Sachen. Nee, es ist, es ist eine coole Sache, aber es nervt mich halt, weil es ist bestimmt, wird's traurig sein oder so. Ich mag das Design von Shinigami, wenn er nicht in seiner Cartoon-Form ist. Ja. Das ist ja eben. Ja. Und ansonsten, ich mag diesen, wie heißt sie denn, die Tochter von Medusa. Hast du letztes Mal aufgebracht. Ja, ich vergesse immer wieder ihren Namen. Ich mag, dass der Charakter existiert. Ich finde es ein bisschen doof, dass er jetzt so Spion-mäßig in die Schule kommt und am Ende doch wieder so eine Sache wird das. Das ist mir ein bisschen vorhersehbar. Ja. Willst du noch irgendwas sagen zu dem Band? Lass uns. Mein Lieblingschapter war das, wo sie Basketball gespielt haben. Das fand ich witzig. Das, das war cool, ja. Das war cool. Die Slice-of-Life-Momente sind manchmal ganz echt witzig, das feiere ich. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe. Nach wie vor das Setting, das Style, das gefällt mir alles sehr gut. Ja. Und ich sehne den Zeitpunkt herbei, wo mir die Story gefällt, aber sie gefällt mir Stand jetzt einfach nicht. Ja. Und ich, mir haben wir sagen lassen, später wird es noch ein bisschen besser. Bin gespannt. Ich hoffe es, wie gesagt. Ich finde, das Setting ist auch das Beste bisher am Werk, bin ich ehrlich. Tatsächlich. Das Setting ist ziemlich cool, aber der Artstyle ist nicht so, ich finde wirklich, ich habe eigentlich so viel erwartet vom Artstyle, weil das Artbook auch so geil aussah, was du dir geholt hast in Japan und so. Und viele haben gesagt, der ist so geil gezeichnet und Okobus so ein krasser Zeichner. Und ich denke mir so, Junge, mittendrin habe ich auch echt ganz viel Panel, wo ich mir denke, das ist gar nicht mal geil gezeichnet. Also die Proportionen passen auch voll oft nicht. Also ich meine, mittendrin sind auch Panel, die sehen richtig geil aus. Guck mal hier zum Beispiel. Dieses, dieses Panel von Soul hier unten, das sieht geil aus, das gefällt mir. Aber dann hast du, äh, keine Ahnung. Ich finde auch, dass... Ja, ich glaube, wir müssen einfach echt noch weiterlesen. Ich glaube, das wird mit der Zeit noch viel, viel besser, was den Zeichen, die Story angeht. Aber wie gesagt, sehen wir dann später. Ich bin auch gar kein Fan von dem Charakter tatsächlich. Digga, was ist dieser Charakter, dieser verfickte Vater, Digga. Sorry, dass du über den upranten, aber der geht mir so auf den Keks, Alter. Der geht mir eins auf den Keks, Mann. Und warum ist das die Waffe von Death, Junge? Ich schwöre, das ist der größte Loserlappen, Alter. Die haben versucht, die haben versucht, den Dad irgendwie aus Bleach da reinzubringen, aber bei ihm ist es immerhin eine coole Entwicklung, ein cooler Charakter, der hinter steht. Bei ihm ist es gar nichts, Digga. Das war, glaube ich, meine Lieblingsszene in dem Band. Ich fand dich richtig cool. Das war wirklich, das war sehr, sehr gut. Das sieht geil aus. Aber auch da, Kritik, vorher Doppelseite, das ist der Move von Stein, der Medusa zerteilt. Und ich finde das einfach nicht geil gezeichnet. Also ich weiß nicht, ich finde einfach, das ist, also ich verstehe, was man machen wollte mit den großen schwarzen Flächen, dass das so, aber das sieht aus wie Powerpuff Girls, Mann. Also ich weiß nicht, irgendwie hätte man geiler machen können. Und mir fällt voll oft auf, dass es einfach keine Hintergründe gibt. Also es ist ganz oft so, einfach weiß. Dass Charaktere einfach nur vor weißem Hintergrund stehen oder halt nur so Speedlines gezogen wurden. Ich finde, der Mangaka dosiert seine Details ein bisschen willkürlich, sodass der Lesefluss drunter leidet. Ich finde den nicht optimal. Die Zeichnungen insgesamt finde ich gut. So, ich finde auch, dass er sich stellenweise mehr Mühe gibt für Highlight Panels, wo er wirklich etwas hervorheben möchte und für den Rest eher sich nicht so viel Mühe gibt. I guess wirkt zumindest so. Also es ist nicht so konstant. Aber ich mag den Stil grundsätzlich. Was mich am meisten stört, ist einfach, dass das gilt für den Vater, das gilt auch für die anderen Charaktere, aber das ist sehr subjektiv, ob man das cool findet, ob man das mag, lustig findet, dass die Charaktere, die sind nach wie vor super, super eindimensional und mehr als diesen einen Trait, der sie auszeichnet, haben die nicht. In jedem Dialog, immer, immer wenn er vorkommt, muss Death, der Kid, irgendwas mit Symmetrie sagen. Es kann nicht ein Running Gag sein, der mal vorkommt, es muss immer vorkommen. Blair, wenn sie vorkommt, ihre Titten müssen zu sehen sein oder sie müssen irgendwas Hornimäßiges machen. Sie hat nur das. Ich feier das bei ihr, sie ist ends geil und show me more, aber die haben es wirklich geschafft, dass ich mich frage, haben die Charaktere irgendwas außer das? Sie ist perfekt, wie sie ist. Ich finde, die sind einfach so super vorhersehbar. Ich weiß ganz genau, wenn Blackstar jetzt kommt, der wird sich selber wegen irgendwas schnell glazen und irgendwas labern halt. Ich finde die Charaktere einfach mega uninteressant und die Jokes, das sind, weißt du, womit ich das vergleiche? Das ist wie, wenn du einen Charaktercast hast, aber jeder ist Brook und macht die ganze Zeit seinen Höschenwitz. So, die ganze Zeit. Ich, das ist mir zu plump. Mich jucken die Charaktere nicht und die Story juckt bisher auch nicht, wenn ich. Aber, das Ende vom Band, Arachne, den Hexen, war interessant. Ah, das fand ich ganz cool, dass da so eine Organisation revealed wurde, auch so Akatsky-mäßig gefühlt schon. Also das, das hat mir gefallen. Das hat mir wirklich gefallen. Und der Plot mit Stein, den du angesprochen hattest, da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Krona ist auch für mich der interessanteste Charakter, weil die hat irgendwas, die anderen haben alle nichts. Ja, also für mich fängt's jetzt, sorry, nee, red weiter. Und das ist so, wie Nick sagt, finde ich, man merkt, es ist ein Manga, der aus einer bestimmten Zeit kommt, aber im Fall von Solita ist es, finde ich, ist es etwas, was den Manga nicht mehr zeitlos macht. Also er fällt aus dem Zeitgeist raus. Voll, bis jetzt 100%. Es hält sich nicht so gut wie zum Beispiel Ranma, was du auch liest, Kevin. Für mich fängt's jetzt so an, dass das Potenzial da ist, dass die Story jetzt wirklich fadaufwärts wird. Ja, ich hoffe, ich warte schon. Das hoffe ich mal. Ach, ach ja, und Ranma, da muss ich jetzt eine Sache nochmal kurz sagen, weil da musste ich gerade dran denken, als du drüber geredet hast über den Brook-Trade und ein Carrier die ganze Zeit eine Sache macht, das hat Ranma auch, aber es nervt mich nicht so krass, er war irgendwie sympathisch, aber tatsächlich, der kleine Flo-Opa, wenn der auftaucht, der fuckt mich langsam richtig ab. Bro, das ist der schlechteste Charakter-Ding in Ranma. Das ist auch jedes Mal, jedes Mal, der hat ja, da kommt so alle zehn Kapitel, hat er mal ein Kapitel, wo der dann wieder, so und die Kapitel, die gefallen mir immer am wenigsten, muss ich sagen. Die sind immer so, das denke ich mir immer, Mann, okay, der hat jetzt seit 20 Mal, hat der sein Höschen-Klau-Joke gemacht, Digger, okay. So, wir haben's gecheckt. Genau das meine ich. Wir haben's gecheckt, du klaust Höschen. Ich glaube, das war einfach wirklich so ein bisschen der Humor in der Zeit. Ja, war's. Ich weiß, aber das Ding ist, die anderen haben ja auch, die anderen haben ja auch Charakter-Trows, beispielsweise Ryoga, bester Charakter überhaupt, Junge, wie der sich dauernd verläuft, Digger. Und da, der Witz wird auch andauernd gemacht, ich piss mich jedes Mal wieder weg. Das ist einfach witzig für mich, so, weißt du so, Digger, er wird introduced damit, dass er einfach zu, dass er einfach, dass Ranma ihm, ihm Gebäck mitbringen wollte, wo er dachte, er hat ihm das geklaut und dann braucht er so lang zu dem Kampfplatz, der eine halbe Stunde von seinem Haus weg ist, dass es verschimmelt ist, weil er sieben Tage unterwegs war, um diesen Ort zu finden, wo Ranma, das ist der Witzigste. Ja, also zum einen, wie du sagst, das ist eine Humorsache bei Ryoga, das ist einfach lustig und zum anderen, ich finde eben nicht, dass es so inflationär benutzt wird, zum Beispiel bei Ryoga, der verläuft sich nicht dauernd, so, checkst du, das ist nicht sein, der hat auch andere, der hat auch andere Trades, also der hat auch einen Akane-Trade, der hat diesen Pichan-Trade, also das, so weißt du, der hat auch dieses, Ranma ist eigentlich mein Freund und er will mich besiegen und so, weißt du, und so, der hat wenigstens drei Charaktereigenschaften und nicht nur eine. Du sagst es, Ryoga ist beim Westmild auch kein sonderlich facettenreicher Charakter, aber vergleich so Solita-Charaktere, Digga, der ist ein Segen. Schon insane eigentlich, dass du das sagen musst. Die sind alle Haposai oder alle Brook, so. Ja, ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Nee, die Dialo, was ich noch sagen wollte, was damit einhergeht, deswegen mag ich die Dialoge auch nicht, weil die so inflationär überfüllt sind mit diesen einzelnen, eindimensionalen Charakter-Traits. Die Dialoge bestehen eigentlich nur aus den Floskeln, die die Charaktere in den Raum schmeißen und expositionen und erklären, was jetzt gerade abgeht. Der Antagonist droppt seinen ganzen Plan, ich bin der und der, will jetzt das und das und deswegen muss ich dahin und dich besiegen, so. Es ist wirklich sehr, sehr oldschool Shonen-esque auf eine anstrengende Art und das gefällt mir gar nicht. Aber abgesehen davon, wirklich abgesehen davon, finde ich es sehr cool und ich freue mich drauf oder ich sehne herbei, dass es besser wird. Ich glaube, es wird noch gut, gut werden. Ich glaube, ich habe tatsächlich Hoffnung, dass es noch besser wird. Ihr lest bis zur nächsten Folge Massiv 4, dass ich es nicht gläse. Danke für die Wände. Bis Massiv 4, Kapitel 35, wir gläsen es alle nicht. Carlsen mag das aber auch, dass wir einfach unsere Meinung sagen. Das ist ja komplett fein bei denen. Bis Kapitel 35 müsst ihr lesen, wenn ihr nicht diese Bände habt. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe wirklich, also ich hoffe so, meine Jellys sagen mir, bei Band 7 sind wir auf dem Höhepunkt. Da sollte alles funktionieren. Also bei der Hälfte. Ja, das ist was ich hoffe. 7 ist für mich so eine magische Zahl wegen Berserk und so. Da war ja auch der Höhepunkt. Ja, und da hast du wieder irgendwas mit Wortwörtlich gesagt, ne? Nein. So wie Gryphus in Kaskau oder so hast du gerade gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du gesagt. Also Kevin. Das ist so krass. Unfassbar, Wahnsinn. Ach man, was ist hier passiert in meiner Abwesenheit? Also echt, ich weiß auch nicht, was mit dem Los ist auf einmal. Leute, ich beende die Folge, ich habe keinen Bock mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.